Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich heiße Julie! Und passend zu meinem Namen habe ich Geburtstag. Und zwar heute. Oh Mann, oh Mann. Das war echt ein ziemlich langes Nickerchen. Vielleicht ist ja heute endlich jemand gekommen, der sich für mich interessiert. Die anderen Bettchen sind alle schon leer. Und ich bin immer noch die Einzige, die noch niemand mit nach Hause genommen hat. Ich habe echt alles versucht. Ich gehe jede Woche zum Friseur und mache mir irgendeine andere coole Frisur. Aber irgendwie wollte es bisher noch nicht so richtig klappen. Vielleicht kam die richtige Familie einfach noch nicht vorbei. Aber ich kann ja noch mal nachfragen. Hey, Anna. Du, sag mal. Hi. Willst du mit mir reden oder nicht? Okay, dann nicht. Dann schaue ich halt selber nach. Hey, Leute. Vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Mann. Ich glaube, da ist immer noch niemand für mich hier gewesen. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Eigentlich bin ich ja super lieb und niedlich eigentlich auch. Ich bin gut erzogen. Außerdem kann ich total gut mit Pets umgehen. Also ich habe noch keins, aber... Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich gut mit Pets umgehen könnte, wenn ich eins hätte. Naja. Aber so lange, bis ich noch niemanden gefunden habe, wo ich perfekt in die Familie passe, bleibe ich am besten einfach noch bei Elsa. Äh, nicht bei Elsa. Ich meine bei Anna natürlich. Auch wenn ich echt super gerne jeden Tag zu Elsa gehen würde. Ich glaube, da gehen wir auch direkt mal zusammen hin. Elsa wollte mich leider nicht adoptieren. Sie meinte, das geht irgendwie nicht, weil sie zu beschäftigt ist mit ihrem Eisgeschäft. Aber das konnte ich nicht so richtig verstehen, weil ich könnte ihr doch eigentlich helfen. Naja. Hi Elsa. Dankeschön. Ja, ich hätte gerne das Übliche. Jawohl. Waldmeister Eis. Dankeschön. Tschüss. Habe ich euch schon mal erzählt, dass mein allerliebstes Lieblingshobby Schlittschuhlaufen ist? Hm? Oh, ups. Ich glaube, ich stinke ein bisschen. Ähm. Mir geht es auch gerade gar nicht gut. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel Eis gegessen. Das passiert mir häufiger mal. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich das nicht regulieren kann, aber wenn ich eben Waldmeister Eis sehe, dann muss ich sofort drei Kugeln davon verputzen. Vielleicht kennt ihr das ja. Aber so sehr ich auch Eis liebe, ich würde einfach total gerne in der Familie sein. So richtig mit Pets und einem Haus und Pool. Und, naja, jemandem, der sich immer um mich kümmern kann. Vielleicht hätte ich ja dann sogar Geschwister oder so. Das würde mich echt freuen. Aber solange, wie das noch nicht der Fall ist, muss ich eben immer selber zu Dr. Hart gehen. Und Durst habe ich irgendwie auch. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen an meinem Tag mit. Ich mache eigentlich immer so ziemlich genau das, worauf ich Lust habe. Ich habe nur eine einzige Beschränkung. Und zwar muss ich jeden Tag in die Schule gehen. Jawohl, jeden Tag. Auch samstags und sonntags. Das soll wohl dafür sorgen, dass ich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, dass sich so ein bisschen Struktur in meinem Alltag integriert. Auch wenn ich momentan das einzige Baby in der Nursery bin. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Aber bisher, naja, eine Familie hat es mir noch nicht eingebracht, oder? Ich gehe aber eigentlich ganz gerne in die Schule, weil da bin ich immer nicht ganz so alleine. Und ich lerne da auch neue Leute kennen. Und das finde ich eigentlich echt immer ziemlich cool. Mein Lieblingslehrer, ich würde sagen, das ist ganz eindeutig Shane. Weil ich liebe, liebe, liebe Pets. Ich habe zwar, wie gesagt, noch kein eigenes, aber das kann sich ja vielleicht auch ändern, wenn ich dann in eine Familie komme. Das ist wirklich mein allergrößter Traum, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und Shane ist eben einfach, naja, hat Ahnung von Pets und er ist superlieb. Er hat mir immer alles erklärt. Und wenn er ein Pet hier behält, um sich darum zu kümmern, dann darf ich mich auch manchmal um das Pet mitkümmern. Ich glaube, mein Lieblings-Pet, mein Lieblings-Pet. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, jedes Pet, um das ich mich kümmern darf, ist in dem Moment mein Lieblings-Pet. Könnt ihr das vielleicht verstehen? Es ist gar nicht mal so einfach, sich festzulegen, weil irgendwie haben alle so eine eigene Persönlichkeit. Und alle sind irgendwie wichtig und anders. Und deshalb, finde ich, sollte man eigentlich alle Pets feiern. Hi, Mr. Fissy. Ja, Mr. Fissy kennt mich schon ziemlich lange. Ich komme ja jeden Tag hin. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich heiße Julie. Und passend zu meinem Namen habe ich Geburtstag. Und zwar heute. Ja, heute habe ich Geburtstag. Und ich glaube, Anna hat es vergessen. Aber so ist das öfter. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen von meinen Geburtstagen so richtig gefeiert. Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann. Ich schaue später nochmal nach, ob jemand für mich vorbeigekommen ist in der Nursery, um mich eben kennenzulernen. Wisst ihr? Ich bin nämlich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe total viele Hobbys. Ich liebe Gaming und ich liebe auch Fußballspielen und ich liebe Ausreiten und ich liebe Schwimmen. Eigentlich macht mir so ziemlich alles Spaß. Das Einzige, was ich nicht mag, ist... Also ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hasse, hasse, hasse Kakao. Wirklich, ich kann auch... Ich kann Kakao nicht ausstehen. Ich finde das furchtbar. Könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, Leute? Oder bin ich wirklich die Einzige, die keinen Kakao mag? Ansonsten mag ich eigentlich alles. Ich begeistere mich für ziemlich vieles. Oh Mann. Hi Lily. Hi Justin. Irgendwann... Irgendwann kann ich mir hier auch mal Lavendel kaufen. Und dann bekomme ich vielleicht so einen coolen Marienkäfer oder so. Ich habe auch gehört, dass es momentan in der Dobby City schon wieder ein neues Bett gibt. So eine kleine Cobra. Ich finde Schlangen richtig cool. Also generell Reptilien finde ich super spannend. Auch wenn ich weiß, dass viele Leute das nicht so sehen. Naja. Ich hole mir jetzt erstmal eine schöne Flasche Wasser. Ich habe nämlich echt ganz schön Durst. Es ist momentan so warm. Ich würde total gerne schwimmen gehen, aber ohne Anna darf ich da nicht hingehen. Und Anna hat immer ziemlich viel zu tun. Deshalb lasse ich das eigentlich lieber sein. Hi, du hast doch... Okay. Keine Zeit für mich. Naja. Also ich weiß, ich darf das eigentlich nicht. Ich darf eigentlich nicht irgendwelche Leute hier draußen in der Dobby City ansprechen. Das ist nicht erlaubt, aber... Man kann es ja mal versuchen, oder? Naja. Ja. Das war eigentlich schon ein Tag von mir und Happy Birthday to me. Heute wieder keine Geschenke. Hi Weihnachtsmann. Heute wieder keine Geschenke für mich und wenn sich jetzt nichts geändert hat, dann wahrscheinlich auch niemanden, der mich adoptieren will. Vielleicht kennt ihr ja jemanden. Hm. Hi Anna. Gibt's was Neues? Hat sich irgendjemand... ...immer noch nicht? Schade. Naja. Ich bin's ja nicht anders gewohnt. Dann gehe ich jetzt mal eben wieder ins Bettchen und hoffe, dass vielleicht morgen jemand vorbeikommt. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich jemanden treffe. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der geeignet ist und könnt ihr diese Person vielleicht einfach mal hierher schicken. Auch wenn's nur ist, um mich kennenzulernen. Macht's gut. Gute Nacht. Hey Leute, hier ist Baby Julie. Guten Morgen Anna. Ist jetzt heute endlich jemand gekommen, um mich zu adoptieren? Immer noch nicht. Ich schaue selber nochmal nach. Vielleicht hast du einfach die E-Mail verpasst. So. Da muss doch irgendwas sein. Niemand? Echt jetzt? Oh Mann. Na ja, egal. Vielleicht kommt morgen jemand. Danke Anna. Bis später. Oh Leute, ich hab wirklich gedacht, heute ist mein Glückstag. Ich wach jeden Tag auf und denke, heute ist mein Glückstag. Aber oft funktioniert's dann irgendwie doch nicht so richtig. Ich geh jetzt erstmal eben in die Schule, weil da muss ich hin. Da muss ich jeden Tag hin. Auch am Wochenende. Hatte ich euch ja aber, glaub ich, schon erzählt. Es hat sich leider immer noch niemand bei mir gemeldet, der mich adoptieren will. Aber ich hab gesehen, dass es wohl einige Leute gibt, die noch gar kein Baby hier in Adopt-Wee-City haben. Oder zumindest momentan keins haben. Und ich finde, ich bin eigentlich ein ganz fantastisches Baby. Hi, Mr. Fissi. Nein. Leider immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Kann sie mich nicht vielleicht... Okay, dann nicht. Mr. Fissi will mich auch nicht adoptieren. Hi Shane. Alles klar bei dir? Hast du gerade zufällig schon wieder ein Pet für mich, um das ich mich kümmern kann? Auch nicht. Ach, Mann. Irgendwie ist es heute total langweilig. Was gibt's denn so für Unterricht? Ist noch nicht mal jemand da. Sind Ferien oder so, die ich einfach verpasst hab? Ich glaub, ich geh mal eben wieder. Ciao. Macht's gut. Naja, dann schau ich mich eben ein bisschen in der Stadt um. Das ist ja auch immer mal wichtig. Oh, ich könnte auf den Spielplatz gehen. Das ist eine super Idee. Ich liebe es auf dem Spielplatz. So. Oh Mann, ich hätte total gerne ein Auto oder irgendwas anderes zum Fahren. Oder ein Flypad. Mein aller, aller, allergrößter Traum wäre ein tolles Flypad. Dann könnte ich da super schnell durch die Stadt kommen. Und alle würden mich anschauen und sagen, das ist Baby Julie auf ihrem Flypad. Wie cool. Aber das wird wohl nie passieren, wenn's so weitergeht. Naja. Woo. Okay. Ähm. Okay, okay. Ich will mich drehen. Drehen. Oh, ich glaub, das geht alleine gar nicht. Egal, dann lauf ich hier einfach lang. Woo. Ups. Au. Oh. Und einmal durchs Rohr. Und Julie schafft den Hochsprung. Eins, zwei und dreimal. Woo. Julie hat es. Wippen. Oh. Wippen. Alleine geht das nicht. Dann wohl doch nicht wippen. Hi, willst du mich zufällig? Oh, okay. Hi, wie sieht's mit dir aus? Oh, cool. Wir können ja zusammen wippen. Ich will, ich will auch wippen. Oh. Okay. Okay. Das, das. Okay. Schon okay. Ich kann das schon verstehen. Was mach ich denn falsch? Oh, cool. Oh, die kann ich einfach so mitnehmen? Ein Nelfin-Batch, den will ich haben. Cool, guckt mal. Wahnsinn. Okay, Leute. Ich zeige euch jetzt was. Das mache ich manchmal ganz heimlich. Aber das dürft ihr wirklich niemandem erzählen. Ich gehe manchmal in die Nachbarschaft. Also eigentlich darf ich das nicht wirklich. Weil das ist wohl gefährlich, sagt Anna immer. Also nicht in der Nachbarschaft. Aber einfach, weil ich hier eben noch kein Haus habe. Und sie will halt nicht, dass mir irgendwas passiert. Ich glaube, sie meint das doch überhaupt gar nicht böse oder so. Schaut euch mal die ganzen coolen Häuser an, Leute. Das ist ja ein richtiges Schloss. Oh, ein Baumhaus. Der absolute Traum. Das ist ein Haus aus einem Container. Das habe ich gehört. Das ist ziemlich neu. Aber ich glaube, für mich würde sogar schon so ein kleines Häuschen reichen. Oh Mann. Ich hätte so gerne so ein cooles Haus. Aber ihr wisst ja, ich wohne eben einfach in der Nursery. Und dort habe ich mein Bettchen. Und das ist auch echt cool und so. Aber ein Haus wäre schon echt toll. Oh, so ein kleines. In meiner Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist übrigens Orange. Ich liebe Orange. Ich finde, das sieht immer so fröhlich aus und so glücklich. Und es sieht einfach immer so aus wie ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang. Irgendwie wie beides. Wow. Wen gehört denn dieses krasse Haus? Der Daniel. Oh. Ist das die Bürgermeisterin von Enterprise City? Ich kann mal einen kleinen Blick riskieren. Ich glaube, ich gehe mal rein. Das interessiert mich einfach viel zu sehr. Wow. Wow. Was ist das denn für ein krasses Haus? Oh, ich muss leise sein. Nicht, dass jemand hier ist. Oh, ups. Hallo? Hallo, ist jemand da? Ich glaube, da ist jemand. Hier ist sogar noch ein komplett ungenutztes Zimmer. Oh, cool. Hier kann man Tee trinken. Ich liebe Tee. Und ganz viel für Haustiere. Wahnsinn. Oh, das ist ja die schönste Kirche, die ich jemals gesehen habe. Wow. Ich würde auch so gerne in diesem... Oh, ist das ein Pool? Wahnsinn. Ich würde auch so gerne in so einem riesengroßen Haus wohnen. Aber, wie gesagt, Leute, wenn das so weitergeht, dann wird das wohl nie passieren. Ich glaube, ich schaue mal weiter. Ich hoffe, mich erwischt niemand. Boah. Alleine diese Treppe ist einfach größer als alles, was ich jemals hatte, Leute. Wahnsinn. Das ist ein Kino und ein Gaming-Raum. Der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde hier so gerne wohnen. Aber, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürgermeisterin von Adopt Me City mich adoptiert? Schon sehr gering, oder? Oh, Mann. Wow. Ich glaube, das ist ein Haustierzimmer. Cool. Und was ist das hier? Oh, das ist ja ein richtig wunderschönes, cooles Kinderzimmer. Aber das heißt ja auch, dass sie schon ein Baby hat. Naja, dann fällt das wohl ins Wasser. Aber das ist echt ein cooles Zimmer. Ein echt, echt cooles Zimmer. Und hier? Oh, ich glaube, das ist ihr Zimmer. Das sieht aus, als würde es Mama... Das habe ich schon Mama Dania gesagt. Alle nennen sie hier so. Aber sie ist die Bürgermeisterin. Sie heißt Dania. Das sieht aus, als würde es ihr gehören. Krass irgendwie. Ich glaube, ich gehe mal schnell wieder. Nicht, dass mich noch jemand erwischt. Also, hier würde ich echt total gerne wohnen. Naja, wird eh nie passieren. Aber bitte verratet es nicht Mama Dania. Das wäre total blöd. Nicht, dass sie mich dann rausschmeißt aus der Top-D-City. Ich bin eigentlich ein liebes Baby, aber... Naja, manchmal würde ich mir die Häuser einfach anschauen. Wisst ihr, einfach nur mal zu gucken, was es so gibt. Außerhalb von meinem kleinen Gitterbettchen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zu Anna. Ich war jetzt ganz schön lange unterwegs. Nicht, dass sie mich noch vermisst oder sowas. Jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Ich wusste, ich hätte nicht gehen sollen. Ach, Mist, Mist, Mist. Jetzt endlich. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, sie findet das nicht raus. Und ich hoffe, auch Mama Dania findet das nicht raus. Anna darf das nicht wissen und Mama Dania darf das auch nicht wissen, Leute. Also, behaltet es bitte für euch, okay? Ich habe es auch gar nicht böse gemeint. Echt wirklich, ganz ehrlich, überhaupt gar nicht böse. So viele Pets. So eins hätte ich auch gern. Naja. Ich lege mich jetzt erstmal wieder in mein kleines Gitterbettchen und komme wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Hi, Anna. Ja, ich lege mich gleich hin. Mir geht es auch nicht so gut. Gute Nacht. Ja, Mama Dania. Das wäre echt cool, Mama Dania. Hey, Leute, was geht? Mama Dania hier in Adopt-Me-City. Und Leute, heute geht es mir echt gut, muss ich sagen. Ich bin richtig, richtig fit fidel. Und ich habe mich jetzt auch von dem Schock so ein bisschen erholt. Deswegen kann ich mir das. Und ich habe mir jetzt auch einen schönen Urlaub geplant. Das heißt, ich werde nochmal wegfahren für ein paar Tage und mal meine beste Freundin Tina besuchen. Und vielleicht meine Schwester, vielleicht auch meine Mutter, aber das weiß ich noch nicht so richtig. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen wegfahren. Ein bisschen raus aus Adopt-Me-City. Ein bisschen neue, frische Vibes. Aber was ich vorher auf jeden Fall schon mal machen möchte. Ich habe mir ganz, ganz viele coole Ideen gegeben, was ich denn mit Baby-Kahns Zimmer machen soll. Und, beziehungsweise mit Kahn-Kahns Zimmer ist es ja jetzt. Und ich denke, da werde ich mir auch in meinem Urlaub überlegen, was damit passieren wird. Irgendwas Cooles kriegen wir da auf jeden Fall hin. Das werde ich nicht einfach wegreißen. Da überlegen wir uns was. Aber mir geht es auch schon viel, viel besser. Und ich möchte heute zu Anna gehen in die Nursery und schon mal, naja, jetzt nicht für sofort und gleich, aber ich würde einfach gerne schon mal so einen Antrag rausgeben, dass ich halt gerne wieder ein Kind adoptieren möchte. Vielleicht ist ja gerade irgendwie jemand da, der schon super lange nach einer Familie sucht oder so. Und ich habe ja so viel Platz. Ich habe ja sogar, wenn das Zimmer oben bleibt, habe ich ja hier unten immer noch einen komplett freien Raum, der überhaupt nicht genutzt wird. Und ich finde, das sollte sich auf jeden Fall ändern. Deshalb werde ich jetzt direkt mal lostrudeln in die Stadt und keine Zeit verlieren, weil das wäre mir schon irgendwie wichtig. Also wenn ich halt den Platz schon habe und als Bürgermeisterin, klar, ich habe viel zu tun und so. Aber, ja, ich will zumindest nicht die Möglichkeit außer Acht lassen. Ich will mich schon mal anmelden und das dauert ja auch alles. Ihr wisst, so Bürokratie, das ist so super anstrengend. Also da muss man ja Formulare ausfüllen. Fürchterlich. Fürchterlich, sage ich euch. Aber vielleicht mache ich ja da für irgendjemanden das Leben ungemein viel besser. Und das würde sich ja schon auf jeden Fall lohnen. Hallo zusammen. Alles klar bei euch? Ich könnte dann auch noch mal kurz Levi besuchen gehen. Oh, und Leute, wisst ihr, was ich auch gehört habe? Es gibt ein neues, ein neues Eck, weil Adopt Me hat, also wir haben hier in Adopt Me City bald ein neues Ei. Also nicht bald, es wird noch ein ganzes bisschen dauern. Aber es wurde schon mal angekündigt, dass es kommt. Und ich glaube, es wird ziemlich cool. Ich glaube, es wird irgendwas mit Drachen. Nein, nein, Mama, dann ja, nein, 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 nein. Nein. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Okay, dann schauen wir mal. Hi, Anna. Hi, Kleine. Hi, Anna. Du, ich wollte dich noch mal fragen. Wie sieht es denn aus? Hast du momentan jemanden hier in der Nursery, der vielleicht nach einem neuen Zuhause sucht? Nee, Bibi Kahn ist doch jetzt erwachsen und wohnt nicht mehr bei mir. Und deshalb dachte ich, vielleicht hättest du ja irgendwie was, was ich oder jemanden. Also nicht sofort, nicht sofort, das wäre mir zu schnell, aber vielleicht jemanden, der schon länger... Du hast momentan nur ein Baby. Okay, und wer ist das? Julie, der hat doch einen schönen Namen. Ach, das ist, äh... Also sie ist wohl ein Früchtchen. Wie meinst du, das ist ein Früchtchen? Ein bisschen Frechchen. Gut, also damit kann ich ja wohl am besten umgehen, oder nicht? Echt? Anstrengend? Ja gut, aber ich meine, ich hatte ein Baby Kahn die ganze Zeit. Und ich kümmere mich nebenbei auch manchmal nochmal um Baby Claudio und Baby René und was weiß ich wen noch. Also ich finde es auch nicht so in Ordnung, dass du so über sie redest. Vielleicht ist sie ja total lieb und nett. Vielleicht versteht uns ja auch gut, vielleicht versteht ihr euch auch einfach nur nicht. Ja, wie lange ist sie denn schon hier? Seit zwei Jahren? Seit zwei Jahren? Das bricht mir echt das Herz. Das bricht mir wirklich gerade das Herz, Anna. Aber es kann doch nicht sein, dass seit zwei Jahren niemand... Ich kann mir schon vorstellen, warum, weil du so schlecht redest. Also ich kann das jetzt auch nicht entscheiden. Ich habe sie auch noch gar nicht gesehen. Aber vielleicht hast du mal ein Formular für mich, was ich ausfüllen kann. Und dass ich mich da schon mal anmelde, falls hier jemand da ist. Vielleicht treffe ich sie ja auch mal. Ja, gib mir jetzt mal ein Formular. Dankeschön. Am Computer füllt man das jetzt aus. Okay, dann mache ich das. Das gibt es ja nicht. Also ich war ja lange nicht mehr hier, um mich danach zu erkundigen. Aber dass Anna so schlecht überredet, das tut mir schon echt ein bisschen leid. Vielleicht treffe ich sie ja mal zufällig. Also ich kenne sie, glaube ich, noch gar nicht. Also Anna sagte, sie wohnt schon seit zwei Jahren hier in Adopt Me City. Und noch niemand hat sie adoptiert. Noch niemand. Wer weiß. So, Antrag ist ausgefüllt. Anna, du kannst ja vielleicht ihr sagen, dass ich hier war und ich überlege es mir. Also vielleicht können wir uns ja mal kennenlernen oder so. Das hast du nicht zu entscheiden, Anna. Das entscheide immer noch ich. Ciao. Also Leute, ich weiß es noch nicht. Es geht mir auch ehrlich gesagt gerade alles ein bisschen zu schnell. Aber soll ich vielleicht mal mit Baby Julie reden? Soll ich mich mal mit ihr treffen und sie vielleicht einfach mal kennenlernen und mal schauen, ob wir uns verstehen? Kennt ihr sie vielleicht? Habt ihr sie schon mal irgendwo gesehen? Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob sie wirklich so anstrengend ist, wie Anna das sagt? Also es würde mich schon sehr wundern, weil eigentlich erzählt Anna die Kids ja so... Na gut, okay. Na gut, okay. Eigentlich erzählt Anna die Kids überhaupt nicht. Aber ich meine... Ich meine, wenn ich nicht damit klarkomme, wer denn dann? Oder? Ich würde das schaffen. Natürlich würde ich das schaffen. Warum sollte ich das nicht schaffen? Gehe jetzt mal nach oben. Das Luftschloss. Guck mir das mal an. Oh, und dann gehe ich noch eben Levi besuchen, wenn er heute arbeiten ist. Ich habe Levi echt lange nicht mehr gesehen. Aber wir haben uns übrigens wieder vertragen und es läuft gut mit Levi. Kann ich dazu nur sagen. So, dieses Luftschloss ist so schön geworden, Leute. Ich glaube, ich hole direkt mal noch ein Kobra-Leinchen. Die sieht nämlich echt sweet aus, oder? Ich glaube, ich glaube, ich hole mir noch... Ich glaube, jetzt habe ich vier Kobras. Das heißt, ich könnte theoretisch eine Neon-Kobra machen, wenn ich das möchte. Nein, schauen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was haben wir hier eigentlich für einen Trank? Ach, der Anti-Schwerkraft-Saubertrank. Schön, schön, schön. Und irgendjemand hatte geschrieben, dass es hier noch eine Tür gibt, die ich gar nicht benutzt habe. Aber da muss ich jetzt direkt mal gucken, welche das denn sein könnte. Das ist doch gar keine mehr. Die da drüben? Da kommt man doch, glaube ich, gar nicht durch, oder? Oder? Da gibt es hier schon wieder Geheimtüren, von denen ich nichts weiß. Lauf ich gerade schon wieder knallhart dran vorbei, Leute? Falls ich das tue, dann müsst ihr mir nochmal sagen, wo ich da hin muss. Aber ich sehe gerade irgendwie nur diese Tür hier. Die da drüben geht, glaube ich, gar nicht auf, oder? Weil das ist doch auch so eine wie da unten. Die geht noch gar nicht auf. Und das ist der Eingang. Wui! So, ich gehe jetzt erstmal in den Spielzeugladen. Ich möchte Levi wieder treffen. Au, uutsch, auutsch, boing. Das tat ein bisschen weh. Guck mal, wie süß die kleine Koper ist. Schlingel, schlingel, schlingel. Hup. Wo ist sie denn? Komm mit. Ja, mitkommen. So, schauen wir mal nach, ob Levi da ist. Levy, 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 Levy. Hello, Peepsy! Ist Levy zufällig da? Levy? Warte, war lange nicht mehr arbeiten, oder? Okay, ich schau mich mal ein bisschen um. Wisst ihr was, ich glaub, ich kauf schon mal was. Nur für den Prall, falls ich demnächst, vielleicht krieg ich ja bald Bescheid aus der Internetseite oder so. Ich kaufe ein Kuscheltier. Ciao, wie you think! Kannst du mich vielleicht anrufen, wenn Levy demnächst wieder in der Stadt ist? Oder wenn er mal wieder arbeiten kommt? War ein bisschen ünlich. So, Leute. Damit hätte ich das, was ich heute vorhatte, auch geschafft. Ich habe meinen Antrag abgegeben. Ich habe noch ein paar Cobras gekauft. Hey, yo, cooles Outfit. Und ich war Levy besuchen. Beziehungsweise nicht, weil Levy war nicht da. Aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und vielleicht kennt ihr ja jemanden. Vielleicht kennt ihr ja diese Julie auch. Julie, ich weiß nicht genau. Julie, Julie? 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 Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwas über sie sagen. Ist sie wirklich so schlimm, wie Anna das gesagt hat? Oder hat sie ein bisschen übertrieben? Ich habe auf jeden Fall noch ein freies Zimmer. Und ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Aber mir fällt schon was ein. Leute, das war es von mir heute. Ich glaube, ich gehe jetzt erst mal eine Mütze schlafsuchen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich fahre morgen in den Urlaub. Und dann sehen wir uns nach meinem Urlaub wieder. Ciao, Leute. Hey, Leute. Was geht? Lebe hier in Adopt Me City. Freunde, ich bin zurück. Ja, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich brauche auf Geschäftsreisen. Ich habe mir Inspiration gesucht für neue Spielzeuge. Weil meinen Spielzeugladen will ich eventuell erweitern. Und da habe ich mir Inspiration geholt für neue Spielzeuge. Und Freunde, das war ziemlich cool. Und Beth Wink hat mir schon gesagt, dass Danja mich gesucht hat. Also für euch Mama Danja. Sie hat mich gesucht. Und ich habe mich schon gewundert, was will Mama Danja? Also nicht, was will Mama Danja, sondern möchte Mama Danja etwas Spezielles von mir? Und ich muss schon sagen, ich habe sie echt lange nicht mehr gesehen. Das heißt, ich habe sie auch schon vermisst. Weil, ja, Mama Danja ist eigentlich die ganz Nette. Und ich meine, da gab es ja so einen kleinen Punkt, der für Streit gesorgt hätte. Aber der ist aus der Welt. Der ist aus der Welt. Aber, oh, ich habe gar nicht Beth Wink Bescheid gesagt, dass ich jetzt Pause mache. Hey, Beth Wink. Ich mache jetzt Pause. Ja, super. Ich war das immer so verständnisvoll. So, ich mache jetzt Pause. Ich gehe zu Mr. Fizzy. Denn ich muss schauen, wo Mama Danja ist. Freunde, ich war so lange weg. Und ich bin wieder hier. Ich bin so froh. Hey, Leute. Vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Wo ist Mama Danja? Als Bürgerbeisterin hat sie ja immer viel zu tun. Ich weiß das. Aber ich als Spielstakladenbesitzer habe auch viel zu tun. Ich meine, mein Laden läuft gut. Und die Kinder mögen meinen Laden. Also, ja, jetzt, jetzt, glaub ich mal, wo Mama Danja ist. So, bei Mr. Fizzy ist sie meistens so. Oh, hier sind ganz coole Tiere. Ab in die Schule. Ja, hallo, Mr. Fizzy. Na, wie geht's Ihnen? Nein, ich bin nicht hier, um ein Kind anzumelden. Ich hab doch gar keinen Kind. Das wissen Sie doch. Nee. Was ich hier machen möchte, ist, ich suche Mama Danja. Ja, Frau Danja. Ich weiß, ich weiß, ich bin kein Ibi. Ich sollte nicht Mama Danja sagen. Aber weißt du denn, wo Danja ist? Was? Sie ist nicht da. Sie ist auf Geschäftsreisen. Oh, Danja. Schaut mal, jetzt bin ich. Oh, jetzt. Ja, alles gut, Mr. Fizzy. Sie können ja nichts dafür. Ja, Freunde. Jetzt, jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Und Mama Danja ist einfach nicht da. Aber ich mein, ich mein, es ist ja okay, dass sie viel zu tun hat. Und ich mein, ich hab ja auch viel zu tun. Und unsere Jobs sind nun mal hart. Weißt du, wisst ihr? So, und deshalb würde ich sagen... Ich frag mal, Mr. Fizzy. Wissen Sie vielleicht irgendetwas doch, Frau Marzana? Weil ich möchte sie überraschen. Ich meine, wenn sie wieder zurück da ist, möchte ich sie überraschen. Was? Da soll ich Shane fragen? Shane kennt sie etwas besser. Shane soll ich fragen? Nee, Shane frag ich nicht. Ach, Anna. Sie war neulich bei Anna. Na gut, dann geh ich mal rüber zu Anna. Was macht denn Mama dann hier bei Anna? Ich mein, bei Anna kann man doch nur... Kann man doch nur... Kann man nur... Kinder adoptieren. Was ist denn bei Anna los? Sie hat doch ein Kind. Oder nicht? So. Hallo, Anna. Ja, ich... Nee, ich möchte auch kein Kind adoptieren. Ich hab ne Frage. Und zwar bezüglich Mama Dania. Ja. Ach was. Sie war vor kurzem hier bei Ihnen? Oh, das hört sich aber super an. Ja. Und Mama Dania... Und Mama Dania möchte ein Kind adoptieren? Baby Julie? Wer ist denn Baby Julie? Äh... Baby Julie ist seit zwei Jahren bei Ihnen. Und keiner möchte sie adoptieren. Aber Mama Dania möchte sie adoptieren. Ach, Mama Dania überlegt sich das noch, weil sie halt viel beschäftigt ist. Oh, das hört sich gut an Anna. Ich komm gleich zurück. Oh, Freunde. Äh, Mama Dania möchte ein neues Kind adoptieren. Äh, ich weiß zwar nicht warum. Weil sie hat ja schon eins, aber... Gut. Ich frag mal vielleicht Anna. Vielleicht weiß sie ja mehr. Anna? Aber warum möchte denn Mama Dania ein zweites Kind adoptieren? Warte. Oh, nein. Warte. Was? Äh. Ihr anderes Kind ist nicht mehr da? Aber, Freunde, wisst ihr was? Ich hab ne gute Idee. Vielleicht sollte ich Mama Dania überraschen. Hm. Und... Und... Dann... Zwölf Stück mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, zwölf Äpfel hab ich jetzt. Ich glaube, zwölf Äpfel reichen. Aber ich spreche doch mal mit dem Arzt. Weil ich muss ja wissen, was Kinder machen, wenn sie krank werden. Ja, hallo, Dr. Hart. Ich hab ne Frage an Sie. Und zwar... Was muss ich machen, wenn das Creme krank wird? Also, wenn es Fieber hat. Ins Bett legen? Ja, warm anziehen? Am besten dann noch Medikamente holen bei Ihnen. Ja, okay. Ich hab schon so einen Heilungsapfel. Ich hab schon so einen Heilungsapfel und einen Butterbrot hab ich. Okay, 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 okay. Vielen Dank, Dr. Hart. Das hört sich schon mal gut an. So, Freunde. Jetzt weiß ich auch schon, was ich tun muss, falls mein Kind krank wird. Aber irgendwie... Irgendwie muss ich mehr. Ich muss mich besser um mein Kind kümmern. Ich glaube... Was könnten noch Kinder cool finden? Freunde, ich glaube, ich könnte auch das Kind mit einem Geschenk überraschen. Oder was sagt ihr? So ein kleines Geschenk. Weil ich hol auch nur ein kleines Geschenk. Weil das Kind darf natürlich nicht ein großes Problem. Deshalb wäre nicht zu verbündet werden, versteht ihr? Deshalb hab ich jetzt ein kleines Geschenk. Und ist Babyshop das Richtige? Ich glaube ja. Ich glaube, ich sollte zum Babyshop gehen. Aber wenn Mama Tanja zurückkommt, dann wird sie sich freuen. Sie wird sagen, oh, Levi, du bist so cool. So, was ist das? Können wir das umsonst? Oh, cool. Jetzt hab ich einen Kinderwagen. Und was ist das? Das sind aber coole Sachen, die ich hier umsonst bekomme. Gut, dann nehm ich das mal mit. Und was ist das hier? Nehmen wir einfach auch mit. So, hier ist der Spielplatz. Also, ich schau mal, was gefährlich ist. Das ist ein Trampolin. Aber, aber... Oh, okay. Das Trampolin ist ziemlich gefährlich. Ich glaube, da sollte meine zukünftige Tochter oder mein Sohn nicht drauf. Schaukeln? Ja, schaukeln ist cool. Aber nur, wenn ich ihn anschaukele, dann ist es cool. So, Freunde. Das ist schon mal gut. Alles ist schon mal richtig. So, wie sieht es mit dem aus? Ja, okay. Das geht auch. Auch alles heile. Ich schau mal, ob dieses Parcours hier nicht zu schwer ist. Okay. 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 Oh, hier kann ich nicht durch. Hier können nur kleine Kinder durch. Das ist aber auch richtig. So, Freunde. Jetzt schauen wir mal, ob die Rutsche noch in Takt ist. Uh. Oh, 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 oh. Oh nein, oh, oh, oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Also, hier wird mein Kind bestimmt nicht rutschen. Also, die Rutsche ist gefährlich. Und Trampolin wird sie auch nicht. Also, aufs Trampolin und auf die Rutsche wird sie nicht gehen. So, jetzt gehen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen zum Babyshop. Ich meine, wir bereiten uns schon mal vor. Wir rüsten uns schon mal aus. So, dass Mama Daniel dann irgendwann stolz ist. Hallo, Edda. Was mögen denn Babys? Oh, ich soll mir so eine Babyflasche kaufen. Okay, das mache ich natürlich. Und dann sollte ich doch so einen Babywagen kaufen. Aber, aber, Edda, ich habe doch schon einen Babywagen. Kinderwagen. Ich habe schon einen. Ich habe einen Clampstroller. Ich soll noch einen zweiten holen, weil Babys das müden. Die möchten Abwechslung. Wow, der sieht cool aus. Ich finde den ziemlich gut. Den normalen Kinderwagen. Der ist cool. So, ich würde auch die Farbe pink nehmen. Schau mal, Edda. Ja, danke für die Beratung, Edda. Ich danke dir vielmals. Und ich muss immer dafür sorgen, dass es dem Kind gut geht. Auf seine Bedürfnisse achten. Ich soll ihn immer... Ah, ich soll ihn in den Supermarkt gehen und ihn was zu essen und zu trinken kaufen. Und dann mache ich das. So, Freunde. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch zu Justin und besorge dem Kind Essen und Trinken. Wenn ihr wollt oder wenn ihr sagt, dass ich vielleicht Baby Julie adoptieren soll, obwohl sie seit zwei Jahren da ist. Das hört sich eigentlich etwas komisch an. Weil wenn sie seit zwei Jahren da ist und keiner sie adoptiert hat, ist das doch schon ein bisschen verwunderlich. Aber ist ja auch egal. Vielleicht hat sie einfach nur kein Glück. Freunde, schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ich Mama Daniel überraschen soll mit Baby Julie. Und wie ich sie noch überraschen könnte. Weil das mit ihrem Baby tut mir ja extrem leid. Aber ich hoffe, ihr geht es einfach gut. So, Freunde. Ich bin jetzt bei Justin. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hi, Leute. Hier ist Nevi. Und Freunde, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich Mama Dania beindrucken will. Und ich bin zum Schluss gekommen. Ich werde sie beindrucken, indem ich Baby Julie adoptiere. Wow. Dania ist ja noch momentan auf Geschäftsreisen. Beziehungsweise als Bürgermeisterin hat sie viel zu tun. Deshalb ist sie auch weg. Und ich glaube auch, sie brauchte eine Auszeit. Weil sie hat ja momentan ihr Kind nicht verloren. Aber ihr Kind ist halt erwachsen geworden. Sie ist jetzt weggezogen. Und deshalb brauchte sie eine kleine Auszeit. Ich werde jetzt aber, glaube ich, zu Anna gehen. Und ich werde ihr die frohe Botschaft verkünden. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass Anna noch da ist. Und ich hoffe vor allem, Baby Julie ist auch noch da. Und wurde noch nicht jetzt von jemandem adoptiert. Also das wäre jetzt nicht so toll. Freunde, was sagt ihr denn? Findet ihr das eine gute Idee, Mama Dania so zu überraschen? Oh, da sind ja ganz viele Leute heute. Na? Mama Dania muss aber schnell wieder zurückkommen, weil ich sehe, hier laufen einige Menschen auf der Wiese rum. Und das ist eigentlich nicht so toll. Hallo, Anna. Wer bist du denn? Anna? Ich bin jetzt hier gerade schon bei Anna. Also Anna. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Interesse an Baby Julie. Zur Adoption. Ganz genau. Anna, Moment mal. Ich habe dir doch gesagt, dass ich Baby Julie adoptieren will. Äh, was? Ist das dein Ernst? Du willst Baby Julie adoptieren, oder was? Nein, nein, nein. Also da bin ich dir auf jeden Fall zuvor gekommen. Du heißt ja Lenny. Lenny, Moment mal. Warte mal. Warte. Anna? Was? Wir sollen beide erst mal weggehen? Wir sollen beide erst später zurückkommen? Ich dachte, ich kriege jetzt schon Baby Julie. Was ist denn das hier? Ja, Lenny ist anscheinend ein Fehler, hat sie gesagt. Äh, was ist ein Fehler? Nein, das ist kein Fehler. Äh, na gut. Ja, wir sollen später zurückkommen. Und wir sollen auch beide den Tag miteinander verbringen, weil wir beide dann zurückkommen sollen. Du und Sandy. Aber ich will nicht mehr den Tag verbringen. Ja, nee, sie muss jetzt eine Lösung finden, hat sie gesagt. Weil dann, wenn sie eine Lösung gefunden hat, dann wird sie uns es verkünden. Na gut. So Lenny. Wenn ich dann Baby Julie kriege, am Ende des Tages, okay. Dann verbringe ich meinetwegen auch Zeit mit dir. Warum bist du denn, warum hast du dich denn so gereizt an? Jetzt bleib echt mal ruhig. Weil ich einfach nur Baby Julie adaptieren wurde und es immer noch nicht habe. Ja, aber, Moment mal. Ich bin übrigens dein Levi. Ja, hallo Levi. Ich bin Lenny. Komm mal mit, Levi. Ich zeig dir mal direkt was. Ja, was willst du mir denn zeigen? Ne, äh, Lenny meine ich. Sorry. Wir beide fangen mit Ellen. Das ist schon immer ein cooler Zufall. Ja, das ist doch die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich bin hier der Spielzeugladen-Besitzer. Ach so, okay. Du besitzt hier den Spielzeugladen? Okay. Das ist mein Spielzeugladen. Das ist natürlich ganz cool, ehrlich gesagt. Und, und was, und was machst du beruflich, Lenny? Ähm, also ich bin Eisverkäufer. Aber ich komme eigentlich aus Brookhaven. Aber ich habe gedacht, ich komme mal nach Adopt-me-City und habe dann gesehen, dass man hier natürlich auch eine Familie haben sollte. Aber bisher habe ich ja Baby-Julie noch nicht adoptieren können. Warte, warte, warte. Willst du damit Baby-Julie nach Brookhaven wiederziehen? Ja, also das habe ich mir so vorgestellt. Aber vielleicht bleibe ich auch hier in Adopt-me-City. Aber Hauptsache jetzt erstmal, ich kriege eine Familie. Okay, warte. Ich komme sofort. Äh, Freunde, das kann doch nicht sein. Lenny will Baby-Julie adoptieren und will damit ihr nach Brookhaven zurückziehen. Das wird meiner Mama dann ja gar nicht gefallen. Und vor allem, die, 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 die Julie ist schon seit zwei Jahren hier bei Anna und keiner möchte sie adoptieren. Und wenn sie jetzt nach Brookhaven möchte, das wird sie ganz traurig machen, weil sie ist ja irgendwo doch an Adopt-me-City gebunden. Sonst würde sie ja schon vor zwei Jahren adoptiert worden sein und dann weggegangen sein. Äh, Lenny? Nette Pogo-Sixi, kriege ich einen gratis? Äh, nee, da musst du eigentlich kaufen. Nur die Kinder-King ein Geschenk. Aber was wolltest du mir sagen? Äh, warum, komm, wir gehen ein bisschen spazieren. Warum willst du eigentlich Julie adoptieren? Also, ich bin einfach in die Mitte von der Adoptionslinie gegangen, hab da gesehen, dass man da Babys adoptieren kann. Und da war gerade Baby-Julie und die fand ich eigentlich ganz süß. Und da hab ich mir gedacht, okay, das passt doch perfekt. Und wenn ich mir hier erstmal was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das auch auf jeden Fall machen. Aber willst du denn ein guter Vater sein? Ja, natürlich, also, hallo, guck mich doch mal an. Also, das sieht man doch von ganz weit weg schon, dass ich ein guter Vater wäre. Ich hatte jetzt noch nie ein Baby, aber ich bin bestimmt ein guter Vater. Oh, du hast doch nie ein Baby und du bist Eisverkäufer, okay? Ja, und Kinder mögen Eis und Babys mögen auch Eis. Das heißt, ich hab ganz viel Eis und allein schon deshalb wäre ich ein super Vater. Ja, okay, das verstehe ich. Aber sag mal, wenn wir hier gerade auf dem Spielplatz sind, ich habe eine Frage. Ja? Ich war ja letzte Woche auf dem Spielplatz, bzw. die letzten Tage war ich auf dem Spielplatz und da hab ich festgestellt, dass es hier einige gefährliche Sachen auf dem Spielplatz gibt. Wo würdest du Julie denn hinschicken? Also, hier auf dem Spielplatz, da würde ich Baby-Julie eigentlich überall hinschicken. Ich meine, das ist ein Spielplatz, was soll da schon passieren? Hier kann man doch einfach nur Spaß haben, also, da passiert doch nichts. Auch auf dem Trampolin? Äh, ja, äh, ja, es macht doch Spaß. Trampoline sind doch cool, also, da sehe ich gar kein Thema. Ja, komm, ja, schau mal, Lenni, Trampoline sind cool, aber würdest du jetzt auch, äh, Julie auf dem Trampolin alleine lassen, weil sie ist ja noch ein Baby. Ja, also, ich meine, wenn ich dann arbeiten muss, dann würde ich Baby-Julie auch mal auf dem Trampolin springen lassen. Oh. Boah, das ist ziemlich unverantwortungsvoll. Alleine dann noch, äh, und, und wie sieht's... Aber von dir lässt ich mir nicht erzählen, was unverantwortlich ist. Also, das ist mir, das juckt mich nicht die Bohne, was du mir da erzählst. Und wie sieht's hier mit dem, äh, mit der Rutsche aus? Der Rutsche? Hier, geh mal hoch. Ja, da kann, äh, die kann doch gerne rutschen. Ich bin ein netter Papa da, lass ich da noch gerne drüber rutschen. Aber, aber alleine? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, die Rutsche ist aber echt ein bisschen gefährlich, aber, ja, warum denn nicht? Also, da kann man doch durchrutschen. Freunde, Freunde, das, hier, der Lenni, der scheint mir nicht nach, äh, ein guter Papa zu sein. Ich meine, ich würde Julie auch alleine rutschen lassen und alleine Trampolin springen lassen, aber erst, nachdem ich ihr das gezeigt habe, wie das geht, und er sagt, ja, er ist nicht mal dabei, er ist nicht mal hier. Ich frage mich, was seine wirklichen Absichten sind, weil, irgendwie erscheint er mir doch nicht so, erscheint er mir doch nicht so nett und so ehrlich. Lenni? Ja? Warum möchtest du denn Baby Julie adoptieren? Das hat doch bestimmt einen anderen Grund, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du sie einfach so adoptieren möchtest. Äh, doch, doch, ich will einfach nur ein Baby gerne haben, mehr nicht. Okay, na gut. Und, kriegt dein Baby dann auch ein Pet? Pet? Du meinst, ob mein Baby ein Pet kriegt? Ja. Äh, nein, also, ich komme ja aus Brokehaven, deswegen habe ich noch nicht so viele Pets. Aber dein Baby, okay, das ist aber auch nicht so toll eigentlich. Also, ich meine, wenn mein Baby Pets hätte, das wäre natürlich cool, weil dann hätte ich ja automatisch auch welche, aber ich selber habe jetzt noch nicht... Äh, Moment, 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 Lenni. Nein, so ist das eben nicht. Ihre Pets sind nicht deine Pets. Das kannst du nicht machen. Äh, doch, wenn ich der Papa bin, dann kann ich mir auch die Pets nehmen, ist doch klar. Auf gar keinen Fall, Lenni, auf gar keinen Fall. Aber, nee, aber das ist nicht deine Entscheidung. Wenn ich Baby Julie erstmal habe, dann nehme ich mir auch die Pets, das ist doch klar. Äh, Freund, Freunde, Freunde, das hört sich alles gar nicht gut an. Also, der Lenni möchte Baby Julie anscheinend nur wegen den Pets, beziehungsweise, da holt sich Baby Julie Pets und dann gehören sie auch automatisch ihm. Das Ganze kann ich so nicht durchgehen lassen. Ich muss mir was einfallen lassen, tatsächlich. Ich, ich bin, ich meine, ich habe auch noch ein Neon-Pad, beziehungsweise ein Mega-Neon-Pad. Das ist, das ist hier, ich zeige es euch, Freunde. Das ist Robben. Soll ich, soll ich den Robben ihm geben, damit er auch Baby Julie in Ruhe lässt? Ich meine, für Mama Dania muss ich ja eigentlich alles tun. Und damit Mama Dania wieder zurückkommt und glücklich ist und Baby Julie eventuell adoptieren kann, sollte ich, glaube ich, meinen Robben abgeben. Moment mal, ich gehe mal, ich gehe mal zu ihm. Ähm, Juli Lenni. Oh, du bist ja der Vogel. Wo kriege ich denn den her? Den kriegst du nirgends her, den muss man sich erspielen. Hey, hat Baby Julie auch so ein Fohre? Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ah, okay. Das tut aber auch nicht zur Sache. Du, Lenni. Ja? Du wolltest doch ein Neon-Pad oder ein Pad. Ja, also am liebsten ein Neon-Pad. Das hier ist ein Mega-Neon-Pad. Aha, ja, ich sehe auch schon, das leuchtet ziemlich, ziemlich krass. Also es sieht schon cool aus, muss ich ehrlich sagen. Lenni, schau mal, ich schenke dir das Mega-Neon-Pad. Was? Du schenkst mir das? Ja. Okay. Ich schenke dir das Mega-Neon-Pad. Und du brauchst dafür aber Baby Julie nicht zu adoptieren, denn dann hast du ja ein Mega-Neon-Pad. Äh, Moment, Moment, Moment. Also, du schenkst mir das, aber nur, wenn ich dann darauf verzichte, dass ich Baby Julie adoptiere. Genau, und du gehst zurück nach Brookhaven. Oh, okay. Hm. Also, der Robin, der sieht schon cool aus. Der wechselt ja so die Farben. Das habe ich in Brookhaven noch nie gesehen. In Brookhaven gibt es gar keine Pads. Und wenn ich den mitnehme nach Brookhaven, dann hätte ich sogar endlich mal da ein Haustier. Und Baby Julie, naja, ehrlicherweise habe ich die Noah adoptieren wollen, weil die vielleicht Pads hat. Äh. Äh, okay, okay. Wir machen einen Deal. Okay, ich nehme das Angebot an. Okay, super. So, Lenny, jetzt hast du meinen Robin bekommen. Pack ihn doch mal direkt aus. Perfekt, den schau ich mir jetzt erstmal ganz in Ruhe an. Okay, also, der sieht schon echt, echt, echt cool aus. So, Lenny, jetzt komm mal mit. Wir müssen zurück zu Anna. Äh, 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 ja, äh, wieso? Anna will doch jetzt verkünden, wenn sie, äh, Baby Julie gibt. Und du kannst dir auch sagen, dass du Baby Julie nicht möchtest. Und was ist, wenn ihr sagt, dass, äh, dass Baby Julie eigentlich zu mir sollte? Nee, du sagst jetzt einfach, dass du, äh, nicht mehr Baby Julie adoptieren möchtest. Ich meine, du hast den Vogel bekommen. Ja, das war ja unser Deal. Sonst musst du den Vogel zurückgeben. Nein, ich will den nicht zurückgeben. Nein, der gehört jetzt mir. Hallo. Hallo, Anna. Äh, du, Lenny, möchte doch nicht Baby Julie adoptieren. Äh, 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 ja, ja, das, das stimmt. Äh, ja, ich will Baby Julie nicht mehr. Okay, okay, dann, dann tschüss, äh, Lenny. Äh, ja, gut, dann... Du kannst jetzt auch gehen. Ja, dann fahr ich jetzt wieder nach Brookhaven. Aber immerhin hab ich meinen Robin. Okay, ja, tschüss, ihr beide. Du, Anna, ich weiß auch nicht, warum er nicht, äh, Baby Julie adoptieren möchte. Anscheinend hat er gehört, dass Baby Julie doch nicht so eine nette ist oder sonstiges. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ach, okay, ich kann Baby Julie erst adoptieren, wenn ich einen Tag mit dir verbracht habe. Ach, so läuft das hier ab. Und wo ist sie denn? Sie ist grad in der Schule und, in der Schule unterwegs. Ja, gut, Anna, da komm ich irgendwann später wieder. Na gut, Anna, dann würde ich sagen, tschüss, Anna. Was sagt die? Hab ich mich gut geschlagen? Hab ich den Lenny gut hier, äh, hab ich den Lenny hier gut erschreckt oder beziehungsweise hier wieder zurück nach Brookhaven geschickt? Wenn ihr findet, ich hab das gut gemacht, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob Mama Dania sich darüber freuen wird. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey, Leute, was geht? Levi hier, Freunde. Und zwar hab ich auch heute was ganz Cooles vor. So, Mama Dania ist ja, wie ihr wisst, immer noch auf Geschäftsreisen unterwegs. Und, Freunde, Baffin, du musst kurz die Stellung hier im Laden halten. Denn, Freunde, ich werde jetzt rübergehen zu Anna und ich werde ihr mitteilen, dass ich Baby Julie adoptieren möchte. Also, ich werde Baby Julie adoptieren und vielleicht hilft das ja Mama Dania. Weil vielleicht denkt die Mama Dania, oh, schaut mal, Levi ist voller Liebe. Er hat jetzt auch ein Baby adoptiert. Und vielleicht wird dann Mama Dania etwas fröhlicher, weil wenn Baby Julie, sie und ich, äh, dann immer Zeit miteinander verbringen und etwas unternehmen, vielleicht muntert sie das ja auf. Und, das wäre doch ganz toll, weil Mama Dania, oder wie du es weißt, Dania, für euch Mama Dania, bedeutet mir schon etwas viel, das wisst ihr ja. Also, bedeutet mir schon sehr, sehr viel. So, jetzt gehe ich mal hier rein. Jetzt gehen wir auch direkt zu Anna. So, nein, wir wollen nicht zu Haustieren. So, hallo, Anna. Ja, ich bin's. Und zwar würde ich ganz gerne Baby Julie adoptieren. Äh, ja, Anna, du hast richtig gehört. Levi möchte Baby Julie adoptieren. Und, wieso nicht, Anna? Ich kann Baby Julie nicht adoptieren, aber wieso denn nicht? Ich bin noch neu in Adopt Me City und ich muss erst mal, Sie müssen erst mal mich richtig kennenlernen und vertrauen. Ja, aber Sie können mir doch vertrauen, Anna. Also, du kannst mir doch vertrauen, Anna. Sie können uns doch duzen. Also, du kannst mir doch vertrauen. Ich muss erst einen Test absolvieren, damit Baby Julie adoptieren kann, weil sie etwas schwieriger ist, sagst du. Ja, gut, dass sie seit zwei Jahren niemanden adoptieren möchte oder doch niemanden adoptiert hat. Könnte vielleicht auch damit etwas zu tun haben, aber trotzdem. Was soll ich denn jetzt tun, Anna? Also, wie kann ich denn dein Vertrauen gewinnen, dass ich dafür bereit bin? Ich meine, ich habe einen coolen Spielzeugladen, beziehungsweise den größten hier in ganz Adopt Me City. Na, was? Ich soll erst mich um ein anderes Baby kümmern heute, also den ganzen Tag. Und danach soll ich zurückkommen und dann kannst du beurteilen, ob ich bereit bin dafür. Ja, okay, Anna. Dann, wann soll ich wiederkommen? Wo ist das Kind? Ach, das ist schon hier. Äh, wo? Wie ist sein Name? Kimi? Baby Kimi? Und da soll etwas schwierig sein? Okay. Okay, okay, okay. Okay, Anna, dann würde ich sagen, gehe ich auch rüber zu Baby Kimi und sage ihm die Frohe Botschaft. Hallo? Baby Kimi? Baby Kimi? Ja, wer nervt denn da? So, weißt du was? Hey, nee, 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 nee. Ich gehe nicht auf den Arm. Ich kann selber laufen. Äh, hallo, Baby Kimi. Und zwar, komm mal mit. Wir haben, ich habe hier drüben mit Anna gesprochen. Ich bin Navy. Und was willst du? Ich habe mit Anna gesprochen. Anna hat mir gesagt... Nein, Anna, nein. Gib mich nicht schon wieder weg. Anna hat gesagt, ich soll heute den ganzen Tag mich um dich kümmern. Guck, sie hat es gerade bestätigt. Hm, na gut. So, Baby Kimi, ich würde sagen, aber dann machen wir mal alles, was ich will, oder? Wir gehen jetzt erstmal los, Baby Kimi. Wir machen alles, was wir will. Ich will erstmal ein Eis. Komm, kauf mir ein Eis. Willst du gar nicht wissen, wer ich bin und was ich hier mache? Nö, du bringst dich heute Abend wieder nach Hause, oder? Ja, klar, ich bring dich heute wieder zu Anna. Ja, genau. Und du sollst einfach auf mich aufpassen und mir alles kaufen, was ich will. Nee, alles kaufen, was du willst nicht, aber ich soll heute auf dich aufpassen. Oh. Auf mich aufpassen? Oh, komm mal mit, komm mal mit. Ich dachte, du sollst mit mir spielen. Ja, komm mal mit, Baby Kimi. Ich kriege jeden Tag einen Mann, der auf mich aufpassen soll und mit mir spielen soll. Baby Kimi, komm mit. Ich sehe gerade, dir geht es gerade nicht so gut, oder? Ich fühle mich aber trotzdem ganz gut. Tschü. Ich fühle mich ganz gut. Nee, komm mit, komm mit, komm mit. Wir gehen direkt ins Krankenhaus. Wir gehen ins Krankenhaus. Oh, nein. Ich habe Angst vor Spritzen. Nein. Ja, komm mit, komm mit. Nein, Levi, bitte nicht. Ich bleibe draußen. Ich bleibe draußen. Nein, du kommst mit draußen. Nein, ich gehe auf keinen Fall rein. Nein, 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 nein. Ich werde mich nicht bewegen. Ich werde mich nicht von Ort bewegen. Na gut, dann nehme ich dich auf den Arm. Nein, nein, lass mich wieder runter. So. Oh, Mann. Schau mal, Kimi. Nur weil du groß und stark bist, heißt nicht, dass du alles machen kannst, was du willst. Schau mal, Kimi. Ich zeige dir mal den Arzt. Der Arzt ist super. Ja, hallo, Krankenhaus, der Knie. Der Kimi ist heute mein Kind, also für 24 Stunden. Ja, vielleicht auch für immer. Weil jeder liebt mich eigentlich. Dr. Hart, schauen Sie mal. Hier ist der Kimi und der hat ziemlich Angst vor Spritzen. Ja, ich habe Angst vor Spritzen. Ich brauche keine. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Das heißt, Doktor, keine Spritze, bitte. Haben Sie eine andere Medizin? Den goldenen Apfel? Ja, super. Schau mal, Kimi. Ja? An meiner Seite kannst du dich nur wohlfühlen. Also, du brauchst dir keine Sorgen machen. So, dich lege ich erst mal da hin. So, jetzt bleibst du da liegen. Ich hole dir kurz einen Apfel. So, ich hoffe, Kimi sitzt doch da. Also, Freunde, ich muss schon sagen, dass er direkt krank geworden ist. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Bzw. liegt das an mir vielleicht? Bin ich vielleicht ein schlechter Vater? Aber ich hoffe doch nicht. So, wir gehen jetzt rüber zu Kimi. Ich hoffe, der sitzt da noch. Ja, super. Immerhin sitzt er hier noch. Oh, dir geht es schon viel, viel besser. Oh, ja. Okay, gut. Ja, dann hast du vielleicht mal was richtig gemacht. Aber, okay, du musst dich auch um dich kümmern. Von daher, kannst du mir jetzt ein Eis kaufen? Ich will jetzt ein Eis. Ich bin wieder gesund. Ich will ein Eis. Ja, du kriegst dein Eis, Kimi. Aber, Kimi, möchtest du vielleicht ein bisschen von mir oder möchtest du vielleicht ein bisschen von dir erzählen? Von mir erzählen? Nein. Eigentlich sollte mich jeder kennen. Ich bin Baby Kimi und ich bin der Coolste überhaupt. Naja, dann vielleicht. Und jeder mag mich. Jeder mag mich. Auch wenn mich alle wieder zurückbringen. Ey, Kimi, das ist der Falsche. Ich bin hier. Das ist eine Falschbezüge. Ja, ich hab dich verwechselt. Du hast, äh... Ja, du bist ziemlich langweilig. Du bist langweilig. Was soll ich mit dir machen? Oder was willst du mit mir machen? Du musst ja auf mich aufpassen. Oh, und ich will als erstes ein Eis. So, steig mal hier ein. So, wir gehen mal... Okay. Oh, das macht ja ziemlich Spaß. Schneller, schneller, schneller. Ja, ich fahr schon so schnell wie ich komme. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Levi. Levi? Nein, warum Klaus? Ich heiße Levi. Keine Ahnung. So. Der Letzte, der mich abgeholt hat, war auch Klaus. So, dann schnapp ich dir mal eine Eisschale. Okay, gib mir ein Eis. Was sagst du denn gerne? Alles. Alles. Ich kann dir nur drei Sorten aussuchen. Oh, Mann. Ja, dann... Ich will aber alles. Ich will alles. Dann gib mir zwei Eis, wo ich alle drauf habe. Oder unterschiedliche. Okay, ich geb dir mal Schoko, dann geb ich dir noch das hier und ich geb dir noch Waldmeister. Ja, gib es endlich her. Gib es endlich her. Ja, du kriegst es schon. Jetzt warte doch einfach mal. Ja, mach schneller. Wodem wartest du ja noch? So. Das schmeckt nicht. Ich will ein anderes Eis. Du hast ein anderes Eis. Das kann doch jetzt nicht sein. Nein, nein, das schmeckt nicht. Gib mir andere Sorten. Ich will andere Sorten. Dann gib dir andere Sorten. Dann gib dir roten. Die beiden hast du noch nicht. Hier, schau mal. Die beiden kriegst du jetzt so. Okay. Oh, ich hab, glaube ich, jetzt selber davon genascht. Ih, nein, ich will neues Eis. Ich will nichts, was du schon angeknabbert hast. Ja, du hast jetzt neues bekommen. Mach dir keine Sorgen. Ich hab dir jetzt neues geholt. Okay, schneller. Schneller. Ich hab Hunger. Ja, da hast du es. Ja, okay, gut. Das ist lecker. Das geht. Ja, okay, top. Dann komm mal mit. Schau mal, äh, Kimi. Du hast immer noch nicht erzählt, wer du bist und warum dich keiner adoptiert hat bis jetzt. Weil alle blöd sind. Alle sind blöd. Außer ich. Ich bin der Kutste und keiner mag mich. So, komm mal mit, äh, Levi. So. Und die sagen immer zu mir, ich bin voll witzig und so, aber die bringen mich immer wieder zurück zu Anna. Und jetzt hab ich auch keine Lust mehr von irgendwie adoptiert zu werden. Ich hab grad schon gesagt, komm mal, Levi, obwohl ich ja Levi bin. Du bist ja Kimi. So, Kimi. Genau, ich bin Kimi. Kennst du diesen Laden hier? Der Geschenkeladen? Ja. Das ist mir ganz oft vorbeigelaufen. Keiner wollte mit mir rein. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir gehen jetzt rein. Und jetzt bin ich der Boss. Hallo, Beppe. Boah. Sind das viele Spielzeuge? Ich will das haben hier. Komm mal her, komm mal her. Levi, kauf mir das bitte. Kauf mir das bitte. Ein Schlager. Oder hier, die Rollschuhe, die Rollschuhe. Und das Einrad. Und das Einrad will ich unbedingt haben. Und die Sterne. Die Sterne, die will ich unbedingt haben. Die sind so cool. Bitte, Levi, bitte, 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 bitte. Kauf, 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 kauf. Ja, hier. Oh, danke. Soll ich dir was verraten? Was denn? Du weißt, ich glaube, du weißt nicht, wen der Einkaufsladen hier gehört, oder? Äh, nee. Soll ich das wissen? Bestimmt irgend so ein Langweiler, oder? Nee, der Einkaufsladen gehört mir. Dir? Also nicht der Einkaufsladen, sondern der Spielzeugladen. Du hast einen Einkaufs... Was? Der Spielzeugladen gehört dir? Ja, kannst du hier Beffin fragen, oder Beffin? Ja, siehst du, da nennt sie dann Kimmich Boss. Aha. Das ist mein Spielzeugladen. Also bin ich dann der Boss bald, wenn du mich adoptierst? Nein. Also das ist alles meins, das gehört alles... Oh, schau mal, wie weit ich springen kann. Baby, Kimi, schau mal. Ich brauche gleich die Treppen laufen. Baby, Kimi, schau mal. Boah, dann kriege ich ja hier alles kostenlos. Nee, ich habe dich ja nur für... Ich habe dich ja nur für einen Tag, das weißt du doch. Ja, und dann kannst du mir auch jetzt noch alles geben, was ich haben möchte. Schau mal, Kimi, das wissen nicht viele, aber hier kann man so hinlaufen, da kann man da oben sich... Da kann man sich ein bisschen... Da hat man eine coole Aufsicht. Aber das darfst du nicht erzählen und hier nur in Begleitung gehen mit deinem Erwachsenen, also mit mir. Boah, okay, aber ich kann das aber auch alles alleine. Jetzt guck mal, wo wir hier sind, auf der coolen Rakete, oder? Die ist ja cool. Gehört die mir jetzt? Nein, die Rakete gehört nicht. Die ist ja nur als Deko. Aber schenkst du mir die Rakete? Nein, das ist ja keine echte Rakete. Oh Mann. So, warte, ich nehme dich mal auf den Arm, Warte, wir springen jetzt runter. Oh! So, schau mal. Das war cool. Nochmal, ich will das nochmal machen. Ach nein. Nein, nochmal, geht nicht. Oh, du sagst immer nein. Du sagst immer nein. Du bist voll gemein. Nein, ich bin nicht gemein. Ich bin doch cool. Aber komm, lass uns mal vielleicht auf den... Wenn jemand selber von sich sagt, dass er cool ist, dann ist er gar nicht cool. Aber ich bin cool. Warte, Kimi. Warte mal kurz, Kimi. Ich komme sofort. Oh Mann. Jetzt lässt du mich alleine. Irgendwie bin ich... Ich meine, Kimi ist schon ziemlich anstrengend und ich meine, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich habe ihm Eis gekauft, davor bei mir im Krankenhaus, dann habe ich ihm den Spielzeugladen gezeigt. Was, was, was mögen Kinder noch? Ich glaube... Ich glaube, der junge Mann braucht erstmal ein bisschen Bewegung. Komm mal mit, Kimi. Ja. Du bist ja nicht schon ein junger Mann. Du hast doch noch ein Baby. Was willst du jetzt von mir? Ich will eine Pizza. Ich will eine Pizza. Ich habe Hunger. Du willst eine Pizza. Ich wollte eigentlich mit dir auf den Spielplatz gehen. Zum Spielplatz gehen. Hm. Also Pizza oder Spielplatz? Ja, okay, gut, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Okay, Spielplatz ist cool. Und dann machen wir das. Und dann noch ein Eis. Du bist ziemlich launig, oder? Kimi? Nein, wieso? Du etwa? So, Kimi, du kannst hier Parkour laufen. Aha, Parkour laufen. Sieht aus wie ein Sportler, oder was? Nee, aber... Ich will nur spielen. Ich will nur spielen. Ich will schaukeln. Schaukel mich bitte. Schaukel mich. Ja, ich schaukel. Ich habe auch bitte gesagt. Ich habe gesagt, du sollst mich schaukeln. Ich habe bitte gesagt. Ja, es ist ja okay, Kimi. So, ich schaukel dich jetzt an. Okay. Wieso dauert das so lange? Ich schau mich gerade an. Ja, jetzt? Ja. Okay, langweilig. Ich will was anderes machen. Was anderes willst du machen? Oh, ein riesen Trampolin. Ein riesen Trampolin. Komm, spring mit mir. Vorsichtig, Kimi. Das ist etwas gefährlicher, Kimi. Oh, guck mal, wie weit oben ich bin. Ja, das ist wegen dem Ballon. Ah. Gib mir noch einen Ballon. Höher fliegen. Höher. Du kannst aber nicht mit zwei Ballons höher fliegen. Ich habe Durst. Ich habe Durst. So viel Sport. Mach durstig. Ich will was trinken. Kannst du mir was zu trinken kaufen? Ja, komm mit. Okay. Und du bist ja erschöpft, hast du gesagt, ne? Erschöpft bin ich nicht, aber der Boss wird immer rumgeschoben. So sieht das nämlich aus. Ha, wenn du der Boss vom Spielzeugladen bist und du mich herumkutschierst, dann bist du doch mein Boss, oder? Ne, dann bin ich dein Boss. Nein, Quatsch bist du gar nicht. Doch, ich bin dein Boss. Was, ich muss schon sagen. Sag, ich bin dein Boss. 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 Hallo. Sag das. Hallo. Du kriegst erstmal einen Tee, damit du erstmal ein bisschen runterkommst. Du brauchst erstmal einen warmen Tee. Ich brauche keinen Tee zum runterkommen, aber... So, Freunde, ich muss schon sagen, Kimi ist schon ziemlich anstrengend. Der redet ununterbrochen und der ist schon ein bisschen angehbarisch. Also, der hat schon... Der hat ein relativ großes Mund weg, der junge Mann hier. Der redet die ganze Zeit und lässt mich nicht in Ruhe. Ich bin nur auf Trab. Also, ich fühle mich hier echt... Ich bin ein bisschen überfordert. So, Kimi. Ja? Jetzt habe ich dir auch was zu trinken. Und wir können jetzt wieder zum Spielplatz gehen. Ja, okay. Also, ich bin auch auf der Suche nach meinem besten Freund, Baby Claudio. Baby Claudio ist dein bester Freund. Warum kennst du dein Baby Claudio? Baby Claudio ist mein allerbester Freund. Und wir sind so cool, wir sind zusammen richtig cool. Du musst uns beide adoptieren. Also, Baby Claudio kenn ich, aber ich beide... Wie... Wo bist du, Kimi, wo bist du? Ach, hier. Kimi, schau mal. Hier bin ich. Ich glaube, adoptieren kann ich dich auch gar nicht heute. Ich soll ja heute nur den Tag erstmal auf dich aufpassen. Aha, und dann? Ja, und dann... Und dann adoptierst du mich aber. Ich will dein Spielzeugladen haben. Nein, ich möchte eigentlich... Ich will der Boss sein. Ich möchte Baby Julie adoptieren. Und dann kann ich mit Baby Claudio immer das Spielzeugladen abhängen. Hahaha. Ja, das könnt ihr auch so tatsächlich, Kimi. Was? Ja, ich könnte auch so mein Laden... Du willst uns ein, der Boss zu sein? Nein, nicht der Boss zu sein, aber mein Laden zu kommen. Na gut. Okay, was machen wir jetzt? Ja, aber schau mal, Kimi, der Tag schafft... Levy, mir ist langweilig. Mach doch irgendwas. Ja, dir ist langweilig. Was soll ich denn machen? Andere Kinder haben halt ihre Pets. Mit denen spielen sie dann. Pets? Pets? Ich hab mir schon immer ein Pet gewünscht, aber nie eins bekommen. Kannst du mir eins kaufen? Bitte, Levi, bitte. Äh, ich soll jetzt ein Pet kaufen? Bitte, 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 bitte. Ich wollte schon immer ein Haustier haben. Immer. Ja, gut. Bitte kauf mir eins. Wow. Ja, warte kurz. Bitte, 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 bitte. Freunde, ey, es ist so anstrengend mit, äh, Bibi, Kimi. Dann möchte ich jetzt auch noch, dass ich ihm mein Pet schenke. Ich, Freunde, klar kann ich ihm ein Pet schenken. Ich meine, ich hab hier noch tatsächlich Eier da. Ich krieg auch jede Woche immer neue Eier und neue Aronsiere, weil ich bin ja Levi. Ich hab ja den Spielzeugladern, so. Bei mir, also an Geld fehlt's bei mir nicht dabei. Ey, da will einer, dann ärgert mich einer. Äh, warte, was ist los? Levy, der ärgert mich da. Kimi, was ist denn los? Was ist hier los? Der ärgert mich. Der ist die ganze Zeit auf den Arm und will mir sein Pet nicht geben. Äh, hallo, das ist, das ist mein Kind. Lassen Sie Kimi in Ruhe. Komm, Kimi, wir gehen weg. Ja, okay. Kimi, weiß, oh, jetzt bin ich hier hochgesprungen. Kimi, weiß du was? Was denn? Der Tag ist schon fast um und du warst ja eigentlich halb so nervig wie gedacht. Was? Ich bin nicht nervig. Ja, gut, du bist aber ziemlich anstrengend gewesen. Anstrengend? Oh, nein. Ja, jetzt bleib doch mal stehen. Schau mal, der Tag ist schon. Du bist wie alle anderen, du bist wie alle anderen. Immer gemeint zu mir. Ja, bleib doch erst mal stehen, Kimi. Ja, was denn? Der Tag ist schon um, weißt du was? Ich schenke dir zur Ballon und schenke ich dir was. Was denn? Ja, du musst es aber auch schon annehmen, ne, meine Freunde? Okay. So, ich schenke dir erst mal das hier. Ein Cracked-Eck, das wollte ich schon immer mal haben. Und weißt du was aus dem Cracked-Eck rauskommt? Nein, was denn? Ein Tier, du wolltest doch ein Pads haben. Schau mal, ich gebe dir auch direkt mehr. Was? Boah, das sind ja vier unterschiedliche Eier. Ne, sogar fünf. Du hast auch noch das Cracked-Eck. Stimmt. Ja, mein Freund. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. Okay, hast recht. Das sind fünf Eier. Und eins habe ich ja schon. Und vier sind immer im Trade. Okay. Ich würde sagen, da du... Was denn? Da der Tag jetzt schon fast rum ist, schenke ich dir die Eier. Boah, du kannst dich ja in der Mitte von der Adoptionsinsel öffnen. Da kann man auch direkt zu Anna gehen. Und da kannst du dir vielleicht berichten, dass der Tag vielleicht angenehm war mit mir. Was sagst du? Stimmt, genau. Und dann sage ich dir, dass das okay ist. Und dann kannst du mich auch gerne adoptieren. Ich muss aber auch... Ich wollte dir auch nur sagen... Äh... Levi, danke, dass du mir die Eier geschenkt hast. Ja, kein Problem. Du wolltest ja ein Haus haben. Und ich dachte mir so, bevor du jetzt nur einhaust, kriegst du jetzt fünf Stück. So, aber jetzt öffne sie doch auch mal. Boah, weißt du was? So lieb war noch keiner zu mir. Komm, öffne sie doch, Kimi. Also ich fang erst mit dem Cracked-Eck auf an. Genau, ich schau mal, was rauskommt. Und? Oh. Eine weiße Katze! Cool. Boah, ich liebe Katzen. So, dann würde ich sagen, mach so mit dem Normal-Pack... Also mit dem Egg auf, mit dem Pad-Eck auf. Diesen ganz normalen bis 600. Okay. Weil wir schauen jetzt mal. Vielleicht kriegst du ja ein Einhorn oder sonstiges. Was? Ein Einhorn? Nein, so viel Glück habe ich niemals. Das ist momentan das selten zitieren. Einhorn und Dragon. Noch eine Katze! Noch eine Katze! Oh. Und jetzt mache ich das... Oh, Schneck auf. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ein Oktopus oder Hai wären cool. Oh, vor Hai habe ich Angst. Oh. Ein Fisch! Ein Cloud ist mein Lieblingsfisch. Cool. Hast du denn schon einen? Nein, ich habe noch gar nichts. Du hast ja gar keine Tiere, stimmt. So, jetzt das letzte. Das ist das Königseil. Das ist Royalec. Das ist das teuerste Ei momentan. Was? Oh. Oh, was ist das? Ein Shiba Ino-Hund? Ja, das ist super. Hoffentlich verträgt das nicht meine Katzen. Aber dafür werde ich sorgen. Hehehe. Okay. Komm mit, Kimmy. Wir gehen jetzt wieder zu Anna. Ich habe doch ein Dino-Ei. Ach, du hast doch ein Dino-Ei. Okay, schnell, aber es ist schon dunkel geworden. Wir müssen gleich wieder zu Anna. Schnell, öffne es. Aber ich will das doch aufmachen. Ja, öffne es. Bitte, Levy. Darfst du Schlau aufmachen? Ja, natürlich darfst du. Das ist doch Teil Ei. Habe ich dir geschenkt. Oh, danke schön. Was kommt jetzt da raus? Und? Ein Säbelzahntiger. Oh, Säbelzahntiger. Oh, ganz ehrlich, den packe ich schnell wieder ein. Vor dem habe ich Angst. Komm mit, komm mit, Baby, Kimmy. Es ist schon spät. Du musst immer in der Nähe jetzt bleiben. Levy, darf ich sagen, dass du voll cool bist? Danke, Kimmy. Also, Freunde, habt ihr das gerade gehört? Also, Kimmy nennt mich cool. Danke, Kimmy. War der Tag auch in Ordnung, findest du? Und habe ich mich gut um dich gekümmert? Ja, das auf jeden Fall. Ich wünschte, wir könnten immer Freunde sein. Ja, aber das geht nicht, weil ich habe ja schon Baby Julie möchte ich adoptieren. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, Kimmy. Ich würde mich sehr freuen. Aber das war wirklich ein schöner Tag. Dankeschön, Levy. So, komm mal mit, wir gehen jetzt rüber zu Anna. Jetzt werde ich den ganzen Tag wieder hier alleine sein. Hallo, Anna. Schau mal, hier ist auch wieder Baby, Kimmy. Und ich habe mich gut um dich gekümmert. Erzähl dir doch mal, vielleicht, wie der Tag für dich war. Anna, das war so ein schöner Tag, so witzig. Wir haben Eise gegessen, wir waren auf dem Spielplatz. Und das Allerbeste, das Allerbeste, das war, ich habe fünf Pets bekommen. Fünf Pets. Ja, aber jetzt bin ich auch echt müde. Aber ich will noch sagen, welche Pets? Ein Säbelzahntiger, zwei Katzen und ein Hund und ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch, ja. Aber ich lege mich, ich will mal kurz ins Bett. Aber Levy ist so cool, kann ich öfter mit ihm spielen und kann Levy bitte öfter auf mich aufpassen, denn der ist wirklich so cool. Ja, okay, Kimmy, leg dich mal ins Bett. Gute Nacht, Kimmy und danke dir für den Tag. Danke, danke. Kann ich dich noch einmal umarmen, Levy? Ja, klar. So, und jetzt aber ins Bett. So, ich bringe dich ins Bett. Schau mal, ich bringe dich ins Bett. Kannst du mir noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Äh, ja, ich muss kurz mit Anna sprechen. Äh, ja, Anna, siehst du? Was? Sie haben jetzt Vertrauen zu mir? Also, sie vertrauen mir jetzt? Ja, hört sich doch gut an. Und wann kann ich Baby Julie adoptieren? Sie ist momentan nicht da. Oh, das ist aber nicht so toll. Ist ja auf Klassenfahrt, immer noch. Ja, ist ja gut, Anna. Anna, wissen Sie was? Können Sie mich einfach anrufen und Bescheid geben, wann Baby Julie wieder da ist? Aber dann würde ich mich auch momentan wieder freuen. Okay, danke, Anna. Und, ja, Freunde, ihr habt es gehört. Äh, Anna vertraut mir jetzt. Und anscheinend darf ich jetzt Baby Julie adoptieren, aber sie ist momentan nicht da. Ich hoffe, wenn ich, ich hoffe nächste Woche, wenn Mama Dania wieder da ist, ist Baby Julie auch da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hey, Leute, was geht? Levi hier. Freunde, ich habe ja beim letzten Mal schon Anna bewiesen, dass ich, dass ich gut mit Kindern umgehen kann. Ich habe ja einen Tag lang den jungen Mann da, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Arm vergessen. Hieß der Rick? Nee, der hieß Kimi. Genau, Kimi. Ich habe mich einen Tag um Kimi gekümmert und Anna hat jetzt das Vertrauen zu mir gewonnen, beziehungsweise ich habe das Vertrauen zu Anna gewonnen. Und Anna hat gesagt, ey, sie vertraut mir. Sie vertraut mir jetzt ein Kind an und ich kann eventuell Baby Julie bald adoptieren, wenn sie halt wieder da ist vom Klassenausflug oder von der Klassenfahrt. Ich weiß nicht genau, wo sie hin ist. Aber Freunde, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt bald Papa werde, beziehungsweise wenn ich bald ein Kind adoptiere, dann brauche ich auch ein neues Haus. Und ich wohne ja noch momentan in diesem kleinen Tiny House. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir ein neues Haus holen. Das heißt, ich gucke auch mal. Vielleicht, ich meine, oh, ich sehe schon ein Elternhaus. Das könnte doch eigentlich ganz gut sein. Aber ich glaube, so ein Elternhaus ist ja ziemlich klein. Ich brauche ein relativ größeres Haus. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Was gibt es denn hier alles? So, es gibt hier ein Partyhaus. Ne, ein Partyhaus kann ich mir nicht holen. Weil, ich meine, das Kind soll ja sich wohl fühlen. Ein Partyhaus ist, glaube ich, dann ist es immer zu laut. Und ich bin auch nicht der Typ so für Party. So, Freunde, ich würde sagen, ich schaue mich einfach mal um. Ich kann ja mal schauen, was es für Häuser hier gibt. Hier sehe ich auch schon gerade, das Haus ist ziemlich beliebt. Das haben richtig viele. Ich weiß aber nicht, was das für ein Haus ist. Oh, aber ich sehe auch gerade, hier sind richtig viele Tiny Häuser. Ich kann mich ja mal umschauen, aber ich glaube, hier ist das so ein Containerhaus. Das sieht ziemlich cool aus. Kann man nicht vielleicht rein? Ja, das Haus ist auf. Ich gehe mal rein. Ich schaue mich mal um. Oh, okay. Das Haus sieht ziemlich interessant aus. Aber, aber irgendwie ist es ziemlich klein. Schaut mal, ich bin ja relativ groß und schaue mal, ich komme mit dem Kopf an die Decke. Ne, das ist nicht so cool. Oh, auch hier. Ne, das Haus ist mir zu klein. Ich glaube, ich glaube, hier bei Geschäften gibt es ja noch mehr Häuser. Und, ich brauche ja ein gutes Haus. Ne, das muss ja ganz gut sein. Das muss ja auch relativ groß sein. Das heißt, ich meine, so eine Modern Mansion ist doch ziemlich gut. Was gibt es denn noch für Häuser? Es gibt eine Celebrity Mansion, aber ich bin ja kein Star, Freunde. Ich bin ja nur Levi. Ich habe ja nur ein Spielzeugladen. Ich will ja jetzt kein Star sein. Elternhaus ist auch ziemlich gut. Und ich sehe, es gibt halt ein multifunktionales Fahrrad dazu. Das ist auch ziemlich, das ist auch ziemlich cool. So. Dann, ich würde sagen, ich würde sagen, weil ich, so hier gibt es auch nicht so viele Häuser. Freunde, was gibt es denn noch für Häuser? Ich muss mal schauen. So, es gibt die Hollywood House. Ne, das möchte ich auch nicht haben. Dann gibt es noch die Modern Mansion. Okay, die Modern Mansion klingt doch, doch da interessant. Future District House. Ne, das hat glaube ich jeder. Das möchte ich doch nicht haben. Eine Promi-Villa. Kann man da vielleicht sehen, eine Promi-Villa. Plus ein SUV. Hm, das klingt zwar gut, aber irgendwie auch nicht. Shop House, ne, Elternhaus. Elternhaus klingt am besten eigentlich. Ich glaube, die Modern Mansion, obwohl, oder die Modern Mansion oder Promi-Haus. Das klingt doch gut. Modern Mansion kann ich mir mal anschauen. Ich glaube, ich schaue mir mal die Modern Mansion an. Komm, ich schaue mir die Modern Mansion an. Ich habe sie jetzt, ich habe mir jetzt die Modern Mansion geholt. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh, das Haus sieht aber ziemlich klein aus. War das doch die richtige Entscheidung, sich das Haus zu holen? Oh. Hm. Oh, ich sehe gerade das Haus doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ne, Freunde, das Haus möchte ich nicht. Ich hole mir ein anderes Haus. Jetzt habe ich mir zwar das Haus, jetzt habe ich mir zwar das Haus geholt, aber ich möchte, ich möchte dann wiederum doch ein anderes Haus. Dann gucke ich mir mal. Die Promi-Villa will ich mir nicht angucken. Future Stick House auch nicht. Millionaire Mansion, die klingt doch cool. Also die Millionaire Mansion, die klingt doch sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, Freunde, ich schaue mir mal die Millionaire Mansion. Ich glaube, ich glaube, das Haus hat doch Mama Dania, muss ich ehrlich gestehen. Die Millionaire Mansion. Okay, jetzt gehen wir mal hier rein. Wie sieht das hier aus? Oh, Freunde, das Haus ist riesig. Das Haus ist riesig. Und ich glaube, und ich glaube, Baby Julie würde sich hier auf jeden Fall wohlfühlen. Schaut mal, hier ist ein riesiger Pool. Und plus hier ist ein riesiger Garten. Das heißt, das heißt, Dania könnte mir auch helfen bei der Einrichtung, weil sie hat dasselbe Haus. Oh, Freunde, das Haus ist richtig gut. Das Haus ist richtig gut. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bei dem Haus bleiben werde, weil kann sein, dass ich mich doch umentscheiden werde und ein anderes Haus holen werde. Aber das Haus ist schon mal super. Schaut mal, ach, die Räume hier. Oh, das ist ein sehr, sehr cooler Raum. Das ist ein Badezimmer. Oh, sehr cool. Was gibt es hier? Oh, ich glaube, hier ist der Balkon. Oh, hier ist der Balkon. Ja, genau. Geh mal hier wieder rein, lieber. Oh, mir kalt wird. Hier ist noch ein, hier ist noch ein, oh, ich kann nicht einen Kinoraum machen. Oh, hier kann ich einen Kinoraum machen. Dort kann ich da bleiben. Und was gibt es denn hier noch? Gibt es noch mehr Räume? Oh, das könnte, das könnte, das könnte ein Schlafzimmer werden. Das könnte ja vielleicht mein Schlafzimmer werden. Das könnte das Schlafzimmer von Baby Julie werden. Und was gibt es hier noch? Noch ein Schlafzimmer. Oh, und plus, hier kann man in den Pool springen. Also, nee, 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 Moment. Hier kommt Baby Julie auf jeden Fall nicht rein. Das heißt, Moment mal, ich mache da schon eine Absperrung hin. Sperrung. Absperrung. Oh, wie nennt man das denn, Freunde? Wie nennt man das denn? Äh, wie nennt man das? Ja, genau, Seilsperre, so. Nee, nee, das ist gefährlich. Beziehungsweise, von hier oben springt Baby Julie nicht runter. Also, nein, natürlich darf sie da runter springen, aber nicht jetzt, weil schaut mal Freunde, ja, so kommt sie auch nicht raus, nur ich komme hier rein. Dann schaut mal Freunde, damit sie jeden Abend, wenn ihr langweilig ist, hier reinsprungen, das möchte ich nicht. Das möchte ich auf keinen Fall. Das heißt, das wird mein Raum bleiben, aber ich sehe schon. Oh, hier könnte ich vielleicht noch hier unten was bauen. Vielleicht so eine Spielzeugecke, wo ich meine ganzen Spielzeuge hin tue. Ach, und die Räume hier unten habe ich noch nicht, äh, angeschaut. Oh, das ist die Küche. Hier kommt eine Küche rein, das ist richtig gut. Da kann ich hier mal kochen. Hier kann man sogar auch was hinbauen. Und das ist das Wohnzimmer, das wird das Wohnzimmer, klar. Also, ich muss schon sagen, das Haus hier, das Haus hier ist richtig, richtig, richtig gut. Also, ich bin echt zufrieden. Ich bin echt zufrieden mit dem Haus, was ich mir geholfen habe. Daniel hat ja dasselbe Haus. Ich hoffe, Daniel ist nicht sauer, wenn wir dasselbe Haus haben werden, aber ich glaube nicht. Hier wird, hier wird mein Raum sein und Baby Julies Raum wird hier sein, würde ich sagen. Was in dem Raum passieren soll, weiß ich noch nicht. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was soll ich hierhin machen. Ich weiß es noch nicht ganz. Aber, das Ganze sieht schon ziemlich gut aus. Ich kann ja mal wieder noch, ich kann ja noch schauen, ob es noch andere Häuser gibt tatsächlich. So, Elternhaus, aber das Elternhaus möchte ich mir nicht holen, muss ich ehrlich gestehen. Modernmensch, ja, ich habe die Modernmensch und die Millionärsmensch habe ich mir jetzt geholt. Die Modernmensch hat mir nicht so gefallen, aber die Millionärsmensch die ich jetzt gerade habe, die gefällt mir umso mehr. Die gefällt mir umso mehr. Was gibt es noch für Häuser? Ich kann ja mal schauen. Das Partyhaus kommt bei mir nicht in Frage. Modernmensch habe ich ja schon, glaube ich. Oder? Doch, die Modernmensch habe ich ja schon. Zeig mal. Ja, die Modernmensch habe ich schon und die Millionärsmensch habe ich schon. Futuristicos. Ja, das Futuristicos ist relativ Standard. Das hat ja jeder. So. Eltern aus Pizzeria. Die Promi-Villa. Vielleicht sollte ich mir mal noch die Promi-Villa anschauen. Die Promi-Villa könnte doch auch interessant sein. So, wie sieht die Promi-Villa denn aus? Celebrity-Menschen. So, okay. Ich kann mich aber ein bisschen umschauen, ob jemand noch die, äh, ob jemand noch das Modern, ob jemand noch die Modernmensch hat kann ich ja mal schauen. Oh, hier ist ein riesiges Apartment. Hier ist ein riesiges Apartment, aber, oh, das ist sogar auf. Ich kann mir ja, ich kann mir ein bisschen Inspiration holen, indem ich hier mal reingehe. Ich kann ja mal schauen, wie es hier aussieht. Oh, das ist noch ziemlich neu, glaube ich. Was gibt es hier unten? Oh, einen riesigen Pool, oh mein Gott. Ey, der Pool, Freunde, der ist ja riesig. Ich meine, hier könnte es meine Kind auch gefallen und hier ist so ein Wellebad. Das ist ein Hüftbuch, oder? Ja, das ist ein Hüftbuch. Cool. Dann noch eine Tanzfläche. Aber der Pool, oh, der Pool geht ziemlich tief. Ziemlich, ziemlich tief. Muss man lange die Luft anhalten. Ah, aber das Haus ist mir dann wiederum zu groß. Das ist so ein Apartment, das ist mir dann wiederum viel zu groß. Das Kind würde sich ja hier verlaufen und ich würde mich auch hier verlaufen. Schaut mal. Nee, das ist mir viel zu groß. Ich kann ja auch noch andere Häuser mir anschauen. Vielleicht so etwas kleinere Häuser. Container, also der Container sieht ja von außen ziemlich schick aus. Da ist das Partyhaus. Nee, das Partyhaus möchte ich nicht. Wie gesagt, die Lichter sind viel zu hell und dann ist hier immer was los. Und das ist auch nicht für das Kind. Ich meine, Baby Julie muss auch lernen für die Schule immer. Was ist das für ein Haus? Wow, okay, nee, das ist wieder viel zu klein. Ihr, ich knall mich mit dem Kopf schon gegen die Decke. Das ist nicht gut. Oh, hier gibt es Tee. Ich nehme mal eine Taste Tee, wenn das okay ist. So, jetzt schauen wir mal. Was gibt es hier? Hier sind so kleine Räume, aber nee, Freunde, das ist mir viel zu klein, das Haus. Für den Erwachsenen ist das viel zu klein. Für ein Baby wird das gehen, aber mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Decke knallen, das möchte ich nicht. So, jetzt schauen wir mal. Das ist, glaube ich, das Elternhaus. Wir können ja mal hier reinschauen, wie das Elternhaus aussieht. Wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, das ist auch wieder viel zu klein. Das ist viel zu klein. Ich muss direkt raus. Ich kann nicht bleiben. Mein Kopf knallt die ganze Zeit gegen die Decke. Das ist nicht gut für mich. Aber Freunde, was sagt ihr? Habe ich mich richtig entschieden, indem ich, indem ich die Millionärs-Menschen-Grund habe? Ich finde schon. Und Freunde, soll ich, soll ich, welches Zimmer soll ich Julie geben? Und soll ich euch mitnehmen bei der Zimmerdekoration, wenn ich meine Zimmer einrichte? Soll ich euch da vielleicht mitnehmen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ansonsten, ansonsten kann ich hier noch schauen. Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie ein, das sieht aus wie ein Kino. Kino, Kino-Saal. Ist das ein Kino? Oh mein Gott, Freunde, was ist denn das? Das ist ja ein riesiges Kino. Oh mein Gott, das wäre doch eigentlich perfekt für mich als Spielzeugladenbesitzer. Ich meine, lebe ich mich doch dann mit dem Kino. Oh mein Gott, aber okay, das ist auch viel zu groß. Hier würde sich Baby Julie nur verlaufen. Oh, hier ist auch Geld. Aber Geld davon habe ich auch genug. Ich habe einen Spielzeugladen, der läuft hier nämlich gut. Ich brauche jetzt nicht noch mehr. Oh, Freunde, nee, das ist ein viel zu großer Laden. Nein, das ist ein viel zu groß. Haus, das ist viel zu groß. Hier kann man ja mehrere Etagen machen. Nein, hier würde ich mich auch nur verlaufen. Ich glaube, ich bin doch schon zufrieden mit meiner Millionärsmenschen. So, aber Freunde, ich habe jetzt ein Haus gekauft. Was sagt ihr? Was brauche ich noch, damit sich Baby Julie bei mir wohlfühlt? Was brauche ich noch? Ich meine, ich glaube, ich muss mir noch ein Auto besorgen. Ich weiß nicht, ob es so ein Sportauto sein soll oder was es werden soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was mir alles noch besorgen soll. Ein Sportauto brauche ich noch. Da brauche ich noch einen Kinderwagen. Dann brauche ich noch jede Menge Spielzeug. Aber die kann ich mir aus meinem Spielzeugladen nehmen, tatsächlich. Und ja, ansonsten schreibt mir alles rein, was ich brauche und vielleicht was ich auch im Kinderzimmer machen soll. Was gehört in dein Kinderzimmer? Schreibt es mir rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Und hoffentlich ist dann Mama Danja wieder da. Tschüss. Hey Leute, was geht? Mama Danja hier in Adopt Me City. Leute, ich bin ja wieder zurück zu Hause und ich bin sehr froh. Ich habe mich jetzt ausgeruht. Ich hatte Zeit, mich wieder zu akklimatisieren, wieder ein bisschen anzukommen in der Stadt, weil ich war ja voll lange weg und ich habe mich ja auch schon mit Baby Claudio getroffen und der war auch schon richtig happy. Und jetzt bin ich wieder angekommen. Ich habe ja schon ganz viele tolle Ideen für Umbauaktionen im Haus und so. Also ich habe ganz viele coole Pläne. Und jetzt ist es aber eine Sache, die mir noch so ein bisschen auf den Magen liegt. Also es ist so. Ihr kennt ja vielleicht noch Levi. Und ich weiß nicht so richtig, wie momentan der Stand zwischen Levi und mir ist. Aber ich vermisse ihn halt schon irgendwie. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, seit ich wieder da bin. Ich weiß auch gar nicht, ob er mich sehen will, aber ich muss es halt einfach versuchen. Und mir fehlt auch irgendwie meine Familie total. Und deshalb, naja, habe ich einen Entschluss gefasst, Leute. Ich werde Levi einfach ganz gerade rausfragen. Ich habe nicht ewig Zeit, um da rumzutümpeln. Ich bin Mama Dania und wenn ich was will, dann sage ich das einfach. Und deshalb werde ich jetzt mal zu Levi gehen und ihm einfach ganz klar sagen, dass ich gerne wieder eine Familie hätte. Und er muss mich ja gar nicht heiraten oder sowas. Aber vielleicht könnten wir das ja zusammen machen, weil ich glaube, wir wären ein echt cooles Team. oder? Aber aufgeregt bin ich halt trotzdem schon ganz schön, weil das ist schon ein ziemlich großer Schritt, Leute. Aber es ist jetzt halt auch schon alles ein paar Wochen her und es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe zwar meine Pads, aber das ist halt irgendwie nicht das Gleiche, wisst ihr? Ich habe auch mit meiner Mutter, mit Oma Olivia gesprochen und mit Tante Tanja. Und ich finde irgendwie wird es jetzt wirklich langsam Zeit. und alle haben mich auch ermutigt dazu. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss mich auch einfach mal ein bisschen trauen. Deshalb werde ich jetzt direkt zu Levi gehen und ihn fragen. Oh Mann, ich fühle mich, als würde ich ihm einen Heiratsantrag machen. Hey, Bissing. Äh, hallo? Levi? Levi? Find ihn gar nicht. Aber Bissing hat, ich frage Bissing erstmal, ob Levi überhaupt da ist. Hi Bissing, du sag mal, ist Levi da? Hi, hast du dich gerade vorgedrängelt? Hi Bissing, sag mal, ist Levi? Ja? Aber du weißt auch gerade nicht, wo er hin ist? aber er muss hier drin sein, ja? Okay. Levi? Levi? Levi, Daniel ist hier. Hallo? Hört ihr mich nicht? Aber Bissing hat gesagt, er muss eigentlich da sein, also muss er ja auch ruhig auch nöpfen. Ich versteh's nicht. Wo ist er denn? Levi? So, jetzt bin ich wieder da. Vielleicht will Levi mich auch... Hallo bei Fink. Ja, ich war nur gut einkaufen, ich musste was zu essen holen. Levi, hi, hi, hi. Das ist schön, dich zu sehen, hi. Danja? Ja, hi. Schön, dich zu sehen, wir haben uns lange nicht gesehen, es tut mir leid, ich war, ich war doch unterwegs. Also vielleicht, ich würde vorschlagen, ich habe einiges mit dir zu besprechen. Vielleicht, weißt du was, ich mache einen Tee und du kannst so in fünf Minuten nachkommen. Zuhu nach Hause. Bis gleich. Alles okay, Danja. Danja ist jetzt hier. Ich dachte eigentlich, dass sie noch, also ich dachte, dass sie sauer auf mich wäre, weil ich habe sie letztens gesucht und sie war also, sie war da, aber ich habe sie dann doch nicht irgendwo angetroffen. Ich dachte, sie würde von mir weglaufen, aber sie hat mich jetzt im Laden besucht, das heißt, das heißt, sie ist doch nicht sauer auf mich und ich soll in fünf Minuten zu ihr nach Hause gehen und wir trinken einen Tee. Also ich freue mich. Dann mache ich mich schon mal auf den Weg. Okay, also ich bin jetzt total aufgeregt, weil, also dafür brauchen wir definitiv ein bisschen Ruhe. Das können wir nicht einfach so mitten in der Stadt klären, habe ich mir gerade gedacht, oder? Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, er sagt, ja, was mache ich denn, wenn er Nein sagt? Wenn er Nein sagt, dann schließe ich mich einfach zwei Wochen in meinem Haus ein und weine und esse Eis. Oh! Ich glaube, das ist in Ordnung, das sollte ich machen. Okay, das sind Tee und das sind Tee und das sind Tee. Oh Mann. Aber der Tee hilft mir schon, mich zu beruhigen. Mensch, schaut euch mal dieses riesengroße Haus an, das ist das, das geht doch gar nicht. So, die Tür ist abgeschlossen. Ich glaube, ich sollte einfach mal laut brüllen. Ich hoffe, ich hoffe, Daniel hält mich jetzt. Äh, klopf, klopf, hallo? Äh, ja, äh, komm, komm rein, Levi. Ja, hier stehen einige Leute vor der Tür. Würdest du vielleicht rauskommen erst mal? Äh, Kannst du dich nicht zu mir teleportieren, Levi? Ja, klar, okay, warte einen Moment. Wir brauchen ein bisschen Privatsphäre dafür. Ja, okay, wenn es etwas Wichtiges anscheinend. Hallo, hallo, Daniel. Hi. Ich muss gestehen, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Levi. Okay, pass auf, setz dich doch einmal hin. Ja, ich setz mich einmal hin. Magst du einen Tee? Ja, ich hätte schon gerne einen Tee. Okay, dann, äh, ich mach dir gerade einen. Ja, ich kann mich jetzt eigentlich schnappen. hingenommen. Okay, ähm, also, pass auf, ich hab mit dir was zu besprechen. Äh, bist du doch sauer auf mich, Daniela? Ich bin nicht sauer auf dich, überhaupt nicht. Ach so, weil ich hab dich letztens gesucht und ich hab dich nicht gefunden und ich bin drüber zu den Leuten hier in der Dopp-Misit und du bist immer kurz vorher weg gewesen, bevor ich dich gefunden habe. Entschuldigung, nein, das war, äh, keine Absicht. Okay. Ich hab dich ehrlich gesagt ganz schön vermisst. Ja, ich hab dich auch vermisst, Daniela, also, Adopt-Misit war auch ziemlich leer ohne dich und es war auch ziemlich langweilig. Danke. Ähm, Levi, also, okay, ich muss es jetzt einfach, ich bin nochmal Tanja. Ich bin nochmal Tanja. Was gibt's denn? Was schlägt dir auf dem Herzen? Ich kann ruhig sagen, was ich möchte. Also, du weißt ja, dass letztens, ähm, meine Familie ein bisschen auseinandergebrochen ist. Ja, das hab ich mitbekommen. Und, ich hab mich dazu entschlossen, weiterzumachen. Ich möchte eine neue Familie gründen und ich würde das gerne mit dir machen. Aber, also, jetzt nicht so, dass du direkt denkst, also, wir müssen nicht sofort heiraten oder so, aber ich dachte, wir verstehen uns gut und alleine ist das immer ein bisschen schwierig. Ich kann mich noch erinnern, mit Baby Khan hatte ich echt oft ganz schön viel zu tun und ich arbeite ja auch so viel und deshalb dachte ich, vielleicht könnten wir ja zusammen ziehen. Eine Familie gründen? also, so als Team. Ja, das finde ich super, Tanja, weil, schau mal, du weißt es vielleicht nicht, aber ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie ich dich vielleicht wieder aufmutan kann und ich bin auch zu der Meinung gekommen, dass wir ein super Team abgeben und ich dachte, vielleicht könnten wir gemeinsam ein Kind adoptieren und uns darum kümmern. Das klingt, das klingt super, Levi, wundervoll, wundervoll. Ich hatte gehofft, dass du ja sagst, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich war auch schon ein paar Mal bei Anna, aber sie meinte irgendwie, sie hat momentan niemanden da, der zu mir passen würde, aber ich weiß nicht, hast du vielleicht schon jemanden im Blick, wenn du dir schon Gedanken dazu gemacht hast? Ja, und zwar hab ich schon jemanden, und zwar ist das die Baby Julie, oder heißt die Baby Julie, ich glaube, Baby Julie heißt sie. Okay. Mit der hab ich, also darüber hab ich mit Anna gesprochen und ich hab sogar schon einen Tag freiwillig auf ein anderes Kind aufgepasst, nur damit ich, also ich muss Anna beweisen, dass ich ein guter Papa sein werde. Und ja, ich hab den Test bestanden. Cool. Ich würde vorschlagen, dann lass uns doch mal zu Anna gehen. Ich kenn Baby Julie nicht, aber vielleicht, vielleicht sollte ich sie einfach mal kennenlernen. Du kennst Baby Julie nicht? Nein, kenn ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie heißt, also wer sie ist, wie sie heißt, weiß ich jetzt. Hi Leute, schön, dass ihr mich alle wieder, dass ihr mich alle wieder zurück, das finde ich ganz schön krass. Also das sind einige Fans. Hi. Ja, ich war ja auch lange weg. Also wollen wir los? Äh, ja klar, let's go. Ja, haben wir jetzt ein bisschen, haben wir ein bisschen gesellschaft, aber ist ja auch okay. Ja. Ich bin total aufgeregt. Also, weißt du, ich kenn ja auch noch Baby Claudio und vielleicht können wir den ja auch noch fragen. Kennst du Baby Claudio? Baby Claudio kenn ich. Okay, vielleicht, vielleicht möchte der ja auch, also, wir fragen ihn einfach mal, aber wir schauen erst mal bei Baby Julie. Ja, Baby Julie, bei der können wir erst mal schauen. Ich hoffe, ich spreche auch den Namen richtig aus, aber das werde ich gleich erfahren. Okay, dann schauen wir mal. Levi, du bist total langsam. Ja, es tut mir leid, ähm, wenn du mich jetzt schon an hast? Hi Anna. Hallo. Hi Anna, ähm, das sind Levi und ich und, äh, ein paar Bewohner aus Adoptim City und ich habe eine Frage. also, es ist so, dass, du weißt ja, dass Baby Khan nicht mehr da ist und ich wollte fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass, naja, wir, ich möchte gerne wieder eine Familie gründen und vielleicht hast du ja momentan jemanden. Also Anna, du hast mir versprochen, dass ich Baby Julie adoptieren darf. Als Überraschung, weißt du noch? Genau, Baby Julie. Ach, Julie heißt sie. Julie, okay, oh, das tut mir leid, Anna. Oh, da habe ich den Namen, die gerade falsch ausgesprochen. Das ist peinlich. Ähm, ist sie denn gerade hier? Nicht? Oh, okay, wo, wo ist sie denn? Weißt du auch nicht? Okay, weißt du was, dann, wir können ja einfach, wir gehen einfach in den VIP-Bereich und dann können wir dort ja warten, oder? Ja, würde ich auch vorschlagen. Du kannst sie ja dann zu uns schicken. so, hier kann man, glaube ich, ganz gut warten. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, ich verstehe mich gut mit Baby Julie. Hi, Shane. Ach man, nein, 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 weißt du, ich bin total gerne in der Schule, weil hier ist zumindest immer ein bisschen was los. Es ist ja momentan auch Sommer und da gehe ich auch eigentlich total gerne schwimmen. Wie meinst du das? Und da gehe ich eigentlich auch total gerne schwimmen. Kannst du mir nicht, bitte, 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 leih mir ein Pet aus. Bitte. Ich würde so gerne schwimmen gehen. Ja, ich weiß, dass ich dafür nicht unbedingt ein Pet brauche, aber es gibt doch diese coolen Ocean Pets und ich kann mir das nicht leisten, das weißt du doch. Okay, dann halt nicht. Man, Shane ist echt immer viel zu streng, da hat mir immer noch kein Pet ausgeliehen. Ich wollte einfach nur mit dem Pet ein bisschen schwimmen gehen, ein bisschen Spaß haben, ihr wisst schon. Dann muss ich eben alleine schwimmen gehen. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum die Bürgermeisterin noch gar nicht hier das ausgetauscht hat. Ich meine, das ist doch viel zu warm. Man kann sich doch gar nicht abkühlen in diesen heißen Fällen. Naja. Oh, es ist schon total spät. Jetzt habe ich so lange mit Shane diskutiert und war so lange in der Schule, dass ich das total verpeilt habe. Ich muss wieder zurück. Sonst kriege ich schon wieder Ärger von Anna. Die ist in letzter Zeit nämlich echt ganz schön sauer auf mich. Naja. Es hat sich eh nichts geändert. Es hat sich eh nichts geändert. Ich gebe jeden Tag wieder zurück in... Hi Anna. Und gibt es Neuigkeiten für mich? Will mich endlich jemand... Was? Ist das dein Ernst? Jemand ist hier, um mich zu adaptieren? Wirklich? Jemand ist hier. Leute, habt ihr das gehört? Es ist wirklich jemand hier. Jemand möchte Baby-Schüli adaptieren. Habt ihr das gehört? Ich muss... Oh nein, ich muss atmen. Ich muss atmen. Ich muss atmen. Ich muss atmen. Und wer ist denn da? Wer ist denn da für mich, Anna? Nein. Wirklich? Mama Dania? Die Bürgermeisterin von Adopt-Me-City? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Okay, die warten anscheinend hier im VIP-Bereich. Leute, ich gehe mich jetzt mal Mama Dania vorstellen. Bitte, 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 bitte drückt mir die Daumen, okay? Das wäre so schön, wenn ich endlich eine Familie hätte. Hey Leute, hier ist Baby-Schüli. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Gestern war Mama Dania da. Und, 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 und. Wir haben uns kennengelernt. Und ich kann es überhaupt gar nicht glauben. Also, dass Mama Dania und, und, und. Kann ich schon Papa-Levi sagen? Hm. Wirklich Interesse daran haben, mich zu adoptieren. Das ist, das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und das hätte ich mir wirklich in meinen allerschönsten Träumen nicht ausmalen können, Leute. Dankeschön. Ihr habt da bestimmt auch euren Teil dazu beigetragen, dass das funktioniert. Anna wollte mich ja irgendwie die ganze Zeit nicht vermitteln. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich ein ziemlich cooles Baby bin. Aber jetzt, 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 jetzt scheint mein Traum wirklich zum Greifen nahe zu sein. Und ich sage es euch, Leute, nachdem ich mir hier wirklich, ich, ich, ich meine, ich hatte noch nie ein Pad. Und ich hätte so gerne eins und Mama Dania hat so viele. Vielleicht kann sie mir ja dann auch mal eins abgeben. Und dann hätte ich endlich ein eigenes Pad. Und vielleicht bekomme ich sogar ein eigenes Haus. Ich habe, ich habe gehört, dass ihr, dass ihr, dass, dass das andere Kind, was sie vorher hatte, also Baby Khan, der ist ja jetzt schon erwachsen. Und, und ich habe gehört, der hatte sogar ein eigenes Haus. Ein riesengroßes eigenes Haus. Wahnsinn, oder? Wow. Könnt ihr euch das vorstellen? Mich, Baby, Julie? Mich, Baby, Julie? Ich habe, ich habe, ich habe gar nichts, gar kein Pad, nichts. Und, und dann hätte ich einfach ein eigenes Haus und eigene Pads. Und das wäre so cool. Mama Dania hat sich noch nicht entschieden. Also wir haben einen Tag jetzt miteinander verbracht, einen Nachmittag. Und ich habe sie versucht, davon zu überzeugen, dass ich echt ziemlich, ziemlich cool bin. Aber ich weiß natürlich nicht, ob sie das auch so sieht. Das hoffe ich zumindest, dass das bei ihr ankommt. Könntet ihr vielleicht bei ihr nochmal ein gutes Wort für mich einlegen? Das würde mir echt so, so viel bedeuten, Leute. Weil, naja. Mama Dania wäre schon echt ein guter Fang, oder? Und ich meine, also dieser, dieser Levi, der sieht ja auch super nett aus. Und ich glaube, da gibt sich auch extrem viel Mühe. Und die beiden haben auch gesagt, dass ich dann vielleicht sogar noch, also, dass ich vielleicht sogar noch ein Geschwisterkind hätte. Das wäre ja auch cool. Ich meine, dann könnte ich mit meinem Geschwisterchen richtig viele coole Abenteuer erleben. Und ich meine, Geschwister streiten sich ja auch nie, oder? Also ich meine, in dem Adoptionshaus, da haben wir uns echt ständig gestritten. Aber das ist ja was anderes. Wir wären ja dann echte Geschwister. Und dann würden wir uns überhaupt nicht mehr streiten. Das wäre so cool. Oder streitet ihr euch mit euren Geschwistern? Nein, mit Geschwistern streitet man sich doch gar nicht. Naja, auf jeden Fall hätte ich dann die beste Zeit meines Lebens. Und dann wäre ich endlich nicht mehr, naja, so, so arm. Nicht, dass das was Schlechtes ist. Also ich glaube, dass das wirklich überhaupt gar nichts Schlechtes ist. Aber ich träume so sehr von einem eigenen Pet, wisst ihr? Und das ist halt einfach so, dass ich es satt habe. Okay, ich habe allen anderen dabei zugeschaut, wie sie adoptiert wurden. Immer und immer wieder. Und ich bin einfach die Letzte, die noch da ist. Und niemand wollte mich bisher haben. Und ich verstehe gar nicht, warum. Ich habe mir mal so viel Mühe gegeben. Vielleicht bin ich einfach auch zu frech oder zu schlau oder was auch immer. Auf jeden Fall würde ich mir das so, so sehr wünschen, dass das jetzt endlich mal klappt. Und was mache ich, wenn Mama dann ja Nein sagt? Was mache ich denn, wenn sie noch nicht bereit dafür ist? Ich meine, Baby Khan ist ja jetzt auch noch nicht so lange weg. Der war schon ziemlich cool. Ich habe ihn manchmal auf der Schule gesehen, wisst ihr? In den Pausen. Und dann, also der war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Das war ja auch unser Schülersprecher. Vielleicht, vielleicht kann ich da auch gar nicht mithalten. Aber das heißt ja nicht, dass ich das dann nicht verdient hätte, oder? Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich sollte Anna nochmal Bescheid sagen, dass sie nochmal bei Mama Dania anrufen soll. Hi, Anna. Anna, kannst du bitte nochmal bei Mama Dania anrufen, ob sie sich schon entschieden hat? Ja, ich nenne sie Mama Dania, weil alle sie Mama Dania nennen. Ich weiß, dass sie sich noch nicht... Okay. Hat sie das gesagt? Oh, das klingt ja gar nicht gut. Also das, was sie zu mir gesagt hat, klang eigentlich anders. Oh. Oh. Okay. Und das hat Mama Dania wirklich... Leute, Anna hat mir gerade gesagt, dass Mama Dania überhaupt nicht begeistert war. Aber ich habe mich doch benommen, oder? Dachte ich, ich habe wirklich alles gemacht. Oh. Anna hat gesagt, dass Mama Dania gesagt hat, dass sie es noch nicht genau weiß und dass es eigentlich immer ein eher schlechtes Zeichen ist, hat Anna gesagt. Vielleicht komme ich ja jetzt doch nicht raus. Vielleicht komme ich ja jetzt wirklich doch immer noch nicht raus. Vielleicht hat Mama Dania herausgefunden, dass ich in ihr Haus eingebrochen bin. Und dann, und dann, und dann, und dann ist sie jetzt sauer auf mich, weil ich das gemacht habe. Und nein, was mache ich denn jetzt? Ich habe doch extra, ich wollte doch nicht, ich wollte doch nie was Böses machen. Das war mehr so, ich konnte einfach nicht anders. Und das hat sich so nach zu Hause angefühlt. Und ich würde so gerne in diesem riesengroßen... Ey! Ich würde so gerne in diesem riesengroßen Haus wohnen. Und jetzt sind alle meine Chancen schon wieder kaputt. Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Warum will mich denn einfach keiner adoptieren? Meint ihr, Mama Dania hat das wirklich gesagt? Ich dachte immer, Mama Dania ist total nett. Meint ihr, sie mag mich nicht? Ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, jetzt, 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 jetzt habe ich mal eine, jetzt habe ich mal eine Familie, aber vielleicht hätte es doch nicht geklappt. Ich habe eigentlich... Ich habe wirklich alles auf Mama Dania und Evi gesagt. Man, sie hat das wirklich gesagt? Ich glaube, ich gehe jetzt lieber wieder nach drüben, ins Notionshaus. Vielleicht, vielleicht kommt ja dann doch nochmal jemand vorbei. Auch wenn es dann vielleicht nicht Mama Dania ist. Mama Dania... Mama Dania... Mama Dania... Hey, Leute, was geht? Mama Dania hier in Adopt Me City. Adopt Me City, Adopt Me City, it's Adopt Me City time. Leute, brauchen wir vielleicht mal so ein Jingle? Für Adopt Me City? Der immer kommt, wenn wir Adopt Me City betreten? Vielleicht irgendwie sowas? Welcome to Adopt Me City, welcome to Adopt Me City. Vielleicht muss ich mir da mal was aus... Mal was überlegen, Leute. Dass wir hier einen richtig coolen Jingle haben, wenn wir in Adopt Me City reingehen. Also, ich hätte ja total Lust da drauf, Leute. Wie seht ihr das? Leute, Mama Dania in Adopt Me City. Und Leute, es gibt ja demnächst eventuell ein paar Veränderungen bei uns. Also, bei mir, in der Familie. Ich habe mich ja jetzt mit Levi zusammen dazu entschieden, dass wir zusammenziehen und dann quasi so als Team zwei Kinder adoptieren. Also, ein oder zwei, je nachdem. Wir müssen da mal schauen, wie wir das machen. Aber eins auf jeden Fall. Und wir haben ja schon Baby Julie kennengelernt und ich fand sie eigentlich total nett. Also, wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich wollte es aber nicht sofort auf der Stelle entscheiden. Deshalb habe ich zu Anna gesagt, ich überlege noch mal kurz. Aber eigentlich finde ich Baby Julie wirklich toll. Die war super nett. Und hat mich auch... Also, ich hatte da irgendwie ein gutes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, wir haben da eine Connection und wir könnten uns sehr ähnlich sein. Und deshalb dachte ich, hey, ich glaube, sie würde hier gut hinpassen. Und Anna meinte auch, sie ist schon total lange im Adoptionshaus. Und deshalb, finde ich, könnten wir das ruhig machen. Könnten wir Baby Julie diesen Gefallen tun. Ich hatte auch das Gefühl, sie möchte das wirklich. Aber ich konnte es noch nicht sofort in dem Moment festlegen. Aber ich habe mich eigentlich entschieden. Und Levi war ja sowieso auch von Anfang an schon dafür. Und ich glaube, ihr würdet das auch gar nicht so schlecht finden, oder? Deshalb bin ich da eigentlich guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Auf jeden Fall ist es ja so, dass, wenn Baby Julie hier einzieht, braucht sie ja ein Zimmer. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Optionen. Also, entweder bekommt sie das Heimkino. Das würde ich dann aber wahrscheinlich irgendwie so lassen. Gar nicht groß verändern. Aber es ist dann halt die Frage, reicht das denn als Kinderzimmer? Oder ist das vielleicht auch zu krass, wenn man ein Heimkino als Kinderzimmer hat? Ich glaube, so ein großer Bildschirm ist vielleicht auch nicht so gut für die Gesundheit, oder? Wenn Baby Julie dann hier bei uns wohnt und dann guckt sie nur Fernsehen den ganzen Tag, ist ja auch blöd. Dachte ich mir so. Oh, mein Pinguin muss mal eben schlafen gehen. Dann habe ich mir überlegt, wir haben ja hier oben die Etage. Und da gibt es ja hier einmal mein Zimmer. Das würde ich ungern nur hergeben. Weil das ist mein Zimmer. Ich brauche auch ab und zu mal was zum Zurückziehen. Dann haben wir hier oben das Pet-Zimmer. Das Pet-Zimmer ist halt hier schon immer das Pet-Zimmer gewesen. Auch wenn das dringend mal wieder eine Renovierung braucht. Eieiei. Das ist ja gar nicht mehr up-to-date. Dann haben wir hier natürlich noch Baby-Kahns-Zimmer. Aber das will ich momentan noch nicht rausräumen, Leute. Ich will es noch nicht rausräumen. Und ich will auch Baby Julie nicht einfach das alte Zimmer von Baby-Kahn geben. Dann haben wir noch... Wupp! Wir könnten ja natürlich auch ein Zimmer im Pool bauen. Das würde sie bestimmt auch cool finden. Wir haben hier noch diese Nische, wo noch was rein muss. Aber das finde ich irgendwie unfair. Wir haben so ein großes Haus und dann bekommt sie da nur so eine Nische. Das würde ich blöd finden. Dann hier den Wintergarten. Aber das ist auch irgendwie doof. Ich könnte ihr draußen noch ein Zimmer anbauen. Aber das ist auch irgendwie doof, oder? Dann haben wir die Küche. Die bleibt aber auch, wo sie ist. Und dann haben wir ja hier unten noch ein komplett freies Zimmer. Was ich ursprünglich eigentlich gedacht hatte, was ich für Levi einräumen könnte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der braucht doch kein eigenes Zimmer. Also, der schläft einfach auf dem Flur. Punkt. Es ist wichtiger, dass Julie ein Zimmer hat. Und falls ihr aber noch ein Geschwisterchen bekommt, dann muss es ja auch noch Platz finden. Und deshalb fällt mir da momentan eigentlich am ehesten nur dieses Zimmer ein. Baby-Kahns Zimmer muss ich mal noch bewegen von der obersten Etage dann aufs Dach. Dann würde ich quasi dort ein extra Zimmer hinbauen aufs Dach. Und dann würde dort ein Baby-Kahns Zimmer reinkommen. So habe ich mir das jetzt erst mal gedacht. Dann ist es nicht weg. Und es erinnert uns aber nicht immer daran, wisst ihr? Und das Zimmer kann ja auch nicht ewig leer bleiben. Aber ich dachte, so ist das eigentlich eine ganz schöne Variante. Und so hat Baby-Kahns Zimmer, falls er mal, ich weiß nicht, heimlich vorbeiguckt oder so. Und deshalb habe ich mich jetzt eigentlich dazu entschieden, dieses Zimmer hier einzuräumen für Baby-Julie. Und eventuell noch für eine andere Person, die ich hier einziehen könnte. Ein zweites Baby. Genau. Würde ich nicht so schlecht finden. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir machen das jetzt einfach mal direkt. Und räumen hier schön das Zimmer für Baby-Julie ein. Es gibt ja auch ganz viele neue Möbel, habe ich gehört. So, schauen wir erst mal danach den Boden. Und dann können wir das dann wieder sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020